Herzlich willkommen hier aus Berlin. Wir dürfen Sie bei festem Wetter begrüßen, auch online, aber das hat sich ja etabliert. Wir haben heute also ein ganz spannendes Thema, was sich eigentlich ergeben auch schon im letzten Jahr. Also wir hatten letztes Jahr ein Experten-Seminar und da hat also der Uli Nissen, Professor Dr. Nissen vorgetragen. Wir hatten also dort ein Thema Energie, Investitionen systematisch bewerten. und das ist eine Norm, die dort entstanden ist und Uli Nissen ist sozusagen, sage ich mal, einer, der die Norm maßgeblich mitentwickelt hat und das Thema ist also auf so eine positive Resonanz gestoßen, weil wir gesagt haben, wir wollen also heute das nochmal aufgreifen. Es ist so, dass wir eine kleine Einführung geben, mein Kollege und ich, Jochen Buser, und dann anschließend also auch direkt ins Eingemachte gehen mit den Uli Nissen. Also das ist dann der Hauptteil und genau, und vorerst nochmal ein paar technische Hinweise. Bitte aktivieren Sie Ihr Mikrofon nur bei Aufforderungen, also im Endeffekt deaktivieren Sie, nutzen Sie also wirklich hier den Chat, um Ihre Fragen auch loszuwerden. Ja, also alles, was drückt, wo Sie Fragen haben, gerne also alles hier reinstellen. Wir haben jetzt heute eine relativ hohe Teilnehmerzahl und genau, versuchen natürlich alles möglichst abzuarbeiten. Mal gucken, ob uns das alles gelingt. Und im Nachhinein, also wenn Sie da noch weitere Fragen haben, da ist also auch hier, sag ich mal, die Lisa Zierstedt dann auch noch zur Verfügung. Die wird das dann entsprechend auch noch verteilen. Und wir können dann also im Nachhinein dann also auch noch weitere Fragen auch beantworten. Bitte vielleicht auch die Videofunktion ausschalten, dass Sie ein bisschen mehr Bandbreite machen. Ja, also wir gucken, wir testen mal aus, ob es funktioniert, aber wir freuen uns natürlich auch, Sie zu sehen. Aber ich denke, wir haben hier relativ gute Bandbreite, also Sie können sich auch durchaus mal blicken lassen. Und genau, und bitte wählen Sie entsprechend also auch Ihren Namen aus, sodass wir sehen, was hier zu tun. Das kann man entsprechend auch nochmal dort also eintippen und wenn Sie Sachen versenden wollen, dann haben wir hier auch eine Möglichkeit, das praktisch ins Forum reinzustellen oder spezifisch auch nochmal an die Referenten oder Personen, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die hier im Seminar also auch mit teilnehmen werden. Genau, vor und nachher habe ich bereits gesagt, das Seminar wird auch aufgezeichnet. Wir stellen Ihnen natürlich also auch diese Aufzeichnung und auch die Vortragsunterlagen also auch zur Verfügung. Der Uli Nissen hat also auch schon mitgeteilt, dass es also auch so lesbar ist, verständlich also aufgearbeitet worden ist, auch in seinen Folien, dass Sie also auch entsprechend da auch nochmal wie eine Art Leitfaden auch nochmal reingucken können und so das auch nachvollziehen können, weil es ist doch sehr viel Stoff, den wir Ihnen jetzt also auch in diesen zwei Stunden auch liefern wollen. Ja, wenn es technische Probleme gibt, auch notfalls hier die 2.1-Durchfall anrufen, da hilft also auch das Akademie-Team. Bei uns ist die Frau Eisholt, die Nelly, also auch im Hintergrund, die supportet hier also auch das Webinar und da kann man sich also auch hier jederzeit auch nochmal zu Wort machen. Ja, was wollen wir Ihnen heute entsprechend also nahe bringen? Wir wollen also über die Schnittstellen zum Beihilfeverfahren sprechen. Wir wollen also auch kurz darauf eingehen, auf den Zusammenhang Prüfverfahren. Wir sehen also auch diese, ja, wie die Berechnung ist also in den gesetzlichen Anforderungen auch zunehmend auch an Systeme, sondern auch an Umweltmanagement und Energiemanagement und da geben wir also auch nochmal diese Schnittstelle. Da würden wir auch nochmal sagen, wie können, stellen wir uns das vor, wie kann das also auch im Rahmen der Management-Zertifizierung dann also auch mit abgegolten werden und wir werden natürlich also auch noch über weitere Neuerungen, Hilfstools auch noch kurz sprechen, bevor wir dann also auch zu dem Hauptpart kommen, zu dem Professor Dr. Ulrich Nissen. Ich kann sagen, einer der Väter der Norm, der Valerie, bei uns also auch tätig im Rahmen der Akademie, also gibt hier also auch Kurse auch schon zu der Norm und da geht es also wirklich ins Eingemachte, also um die Anwendung der Norm. Ja, dann würde ich auch direkt das Wort an den lieben Kollegen, den David Keul geben und der leitet jetzt erstmal ein. Ja, genau. Nur nochmal in die Runde von meiner Person aus. Ja, die Schnittmenge, weshalb ich hier mit sitze, ist, ja, im Wesentlichen betrachte ich ja hauptsächlich Treibhausgasfinanzierung, also europäischer Emissionshandel und Freiwilligenbereich, aber wir sehen dort vor allem die Verbindung zum Brennstoff-Emissionshandelsgesetz mit dieser Verankerung des Gegenleistungsgesetzes, das sich in verschiedenen Gesetzgebungsverfahren und strukturellen Verordnungen halt wiederfindet. Um Ihnen mal hier so ein kurzes Beispiel zu geben, welche Verbindung wir eigentlich zu diesem Gegenleistungsprinzip haben, wir sehen, dass wir vor allem jetzt mittlerweile mit der Kreditvergabe und der EU-Taxonomie ein wesentliches Instrument der EU-Kommission geschaffen wurde, halt um Investitionen zu steuern, bewertbar zu machen und wir glauben, dass da perspektivisch dann auch gewisse Gegenleistungsprinzipien dann halt greifbar werden. Ein wichtiger Aspekt zur Gegenleistung ist natürlich die Entlastungsansprüche zur Ausgleichsregelung. Wir werden gleich sehen, an welchen Stellen dann eigentlich diese Gegenleistung gefordert wird. Wir hatten sie bisher in der Vergangenheit sehr stark im Energiemanagement oder unter einigen anderen Steuerentlastungstazitäten, aber noch nicht so in dieser starken Form, wie wir sie im Moment sehen. Mitunter sehen wir auch sehr stark, sehr viele Förderprogramme, die mittlerweile aufgebaut sind, die sehr stark in diese Richtung gehen, Transformation, Reduktion der Emissionen, der Energien und dazu ist natürlich dann eine Bewertung von Maßnahmen maßgebend. Ja, Anforderungen natürlich auch sehr stark aus dem Osterpaket, mit dem man jetzt eine ganz andere Geschwindigkeit auf den Ausbau der Erneuerbaren und damit halt verbunden auch vielen anderen Systemen umsetzen möchte, wo wir halt sehen, dass ganz stark Begrenzung der Energieumlage, zum Beispiel für intensiven Unternehmen, wo wir halt eine Erweiterung der besonderen Ausgleichsregelungen haben, wo halt ein Energiemanagement oder ein E-Mass gefordert wird und dieser Nachweis der Gegenleistung, was etwas Neues ist, was wir bisher eher über diese Sektorziele und so weiter verankert haben, aber da kommt, sage ich mal, ein ganz anderer Druck auf die Unternehmen zu, den wir jetzt auch nochmal gemeinsam beleuchten müssen. Das Gleiche ist darunter auch mit der besonderen Ausgleichsregelung, die wir früher sehr, sehr stark über die EEG-Frage, also die EEG-Verteilung der Kosten hatten, die also bald wegfällt, das Musterpaket, ist da dann halt eine Regelung mit Paragraf 30 und den folgenden, das ist auch mal vorgesehen, im Gesetze-Energieumlage-Gesetz. Und das ist natürlich das Parlament dann im Parlamentarischen Ausschuss auch schon durch. Wo kommen die Anforderungen her? Als Kernverordnung, so kann man sich das eigentlich sehr gut merken, haben wir Paragraf 10 bis Paragraf 12 in der Carbon-Leakage-Verordnung. Also der BECV. Die BECV wurde eigentlich geschaffen für das Brennstoff-Emissionshandelsgesetz, was ja im Prinzip für alle in Verkehr gebrachten fossilen Brennstoffe gilt, Klammer auf, außer die, die im Emissionshandel schon berichtet wurden, wo man gewisse Sektoren, die einer Verlagerung der Emissionen außerhalb des Brennstoff-Emissionshandelssystems, das heißt hier in dem Fall außerhalb Deutschlands, vermeiden wollte, hat man gewisse Privilegien, Beihilfeverfahren etabliert, die aber auch mit Gegenleistung in Verkundung stehen. Das heißt, wenn ich einzelne Sektoren habe, die besonders CO2-intensiv sind, hat der Gesetzgeber sich gedacht, okay, bevor dieses Unternehmen ins Ausland abwandert, weil einfach die CO2-Kosten zu hoch sind hier in Deutschland, möchte ich dort ein Beihilfeverfahren etablieren, aber das gibt es nicht umsonst. Dazu sind gewisse Gegenleistungen dann halt auch zu erbringen. Das kennen wir aus anderen Systemen, wie gesagt, in der Vergangenheit auch schon an vielen Systemen. Rechts sehen Sie mal so ein bisschen grafisch dargestellt, wo dann dieses besondere Beihilfeverfahren eigentlich gilt. Man hat halt weiterhin diese Grenze des Energieverbrauchs, also über 10 GWH oder unter 10 GWH. Hier auch gibt es ein Paradigmenwechsel, dass man nicht diese Trennung nach KMU und nicht KMU hat, sondern man geht ganz klar auf den Energieverbrauch, auch gemittelt über die letzten drei Jahre, um ein bisschen, sage ich mal, die Schwingung so ein bisschen aufzufangen. Und je nachdem, wie der Energieverbrauch ist, ist man dann halt entweder verpflichtet zu einem zertifizierten Energiemanagement, eigentlich nichts Neues dort, oder einem zertifizierten EMA-System oder alternativ für die kleinen Unternehmen dann halt Stufe 3, 50.000. Oder, was ganz spannend ist, die Mitgliedschaft in einem Klimaschutz- oder Energieeffizienzinitiative, was auf der Hintergrund ist, weshalb sich alle Energieinitiativen jetzt mittlerweile umbenennen zu Klimaschutz- und Energieinitiativen, einfach um nochmal so ein bisschen klarer zu definieren, dass es halt nicht nur um Energie, sondern halt auch um CO2 und KMU-Klimamaßnahmen geht. Spannend ist eigentlich dann der Aspekt, der da drunter kommt, dass gesagt wird, es reicht nicht nur ein Energiemanagementsystem, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Klar, es hieß dann immer ein Reduktionsfaden, das Tatgewiesen und Verbesserung, aber es war nicht so streng und es war an vielen Stellen nicht so direkt greifbar, seit der Gesetzgeber hier jetzt sagt, man will klare Vorgaben haben, sozusagen, dass 50 Prozent dieser Beihilfeverfahren dann in Investitionen zur Energieeffizienz eingesetzt werden müssen und dann ab 25 sogar 80 Prozent der Energieeffizienz. Also ganz klare Vorgabe, dass sozusagen diese Ersparnisse des Beihilfeverfahrens dann reinvestiert werden müssen, halt in gewisse Aspekte. Sie merken schon, wenn man sagt, hier eine Reinvestition in Energieeffizienz, dass natürlich sofort die Frage kommt, was heißt Energieeffizienz, welche Maßnahmen, welche Investitionen, wie bewerte ich überhaupt sinnvolle Maßnahmen? Muss ich jetzt anfangen, wenn ich alles schon gemacht habe, sinnlose Maßnahmen an einigen Stellen umzusetzen, nur weil es diese Verpflichtung dort gibt. Das sehen wir hier nochmal ganz schön. Wird halt gesagt, und da haben wir unsere Schnittstelle dann auch zur Gn17463, unserer Valerie, was gesagt wird, jedes Unternehmen ist sozusagen dann verpflichtet, im Rahmen auch des Energie- oder EMAS oder halt auch alternativ über diesen anderen Pfad der Initiativen oder der 50.005, die Maßnahmen aufzulisten und dann halt auch einheitlich und strukturiert zu bewerten. Und das heißt, eine strukturierte Bewertung ist dann halt bezüglich der positiven Kapitalwertermittlung nach der Wanderien-Norm durchzuführen. Darunter sehen Sie dann nochmal 2023 bis 2025, dass halt auch konkrete Vorgaben definiert sind, zum Beispiel 60 Prozent der vorgesehenen Nutzungsdauer bei maximal neun Jahren. Das wird Ihnen wahrscheinlich jetzt nicht sagen. Ich hoffe, ab 12 Uhr, spätestens, wenn Herr Nissen dann mit seinem Vortrag durch ist, dass wir alle ein klares Verständnis darüber haben, was heißt Nutzungsdauer, wie ist das zu bewerten und was heißen diese 60 Prozent dann. Der Gesetzgeber hat hier aber noch eine kurze Lücke mit aufgenommen, in dem er sagt, oder Erleichterungen, dass bereits bei eingeführten Energiemanagementsystem vor dem 28.07. dann halt auch die Amortisationszeit als, sage ich mal, unser bisheriger Bewertungsmaßstab auch genutzt werden kann, wenn dieser unterhalb der Nutzungsdauer ist. Und dann vielleicht noch einen kurzen Moment, Jochen, die Folie von davor. Wir sehen, interessant ist, dass dann, sage ich mal, als Alternative unten auch gesagt wird, man kann halt neben dieser Kapitalbewertung zur Energieeffizienz dann auch zu Investitionen vornehmen, zu Maßnahmen zur Dekarbonisierung im Produktionsprozess, sage ich mal, als zweite Schiene. Dort ist dann aber die Vorgabe mit verankert, dass man dann eine gewisse Effizienz auch schon in den Prozessen haben muss, die an den Produktbenchmark-Werten vergleicht. Das ist sehr stark aus dem Emissionshandel kommt, wo sozusagen Benchmarks für 10% der besten Anlagen europaweit definiert wurden. Und man muss sich dann schon in sehr effizienten Prozessen bewegen, um dann dort halt die Investitionen vornehmen zu können. So maximal gehen wir mit, dass gefordert wird, dass Investitionen zu tätigen sind, dass Maßnahmen einheitlich und spezialisiert zu bewerten sind. Ja, und dann halt natürlich auch diese Nachweisverpflichtung, die wir im Paragraf 12 BZV haben, dass man dann halt den Nachweis bringen muss über dieses Energiemanagementsystem oder EMAS. Da gibt es dann so ein paar Regelungen, dass die Einführung bis zur Zeitung oder schon ein bestehendes System, da will ich gar nicht so im Detail drauf eingehen, weil das relativ zeitaufwendig ist. Ansonsten diese Mitgliedschaft halt als auf Nachweis. Und für die Klimaschutzmaßnahmen dann halt auch, wie wir es bisher eigentlich aus dem Energiemanagement oder EMAS kennen, eine Liste der einzelnen Maßnahmen mit dann halt dieser neuen Bewertung, Kapitalbewertung nach der Valerie. Ganz spannend ist natürlich die Frage, die ich auch immer wieder erhöhen kann, der Audits, die wir machen, dass viele Unternehmen halt sagen, nein, man hat ja schon sehr, sehr viel gemacht über die letzten zehn Jahre. Man sieht eigentlich keine Potenziale. Das hat der Gesetzgeber so auch erkannt. Man muss dann dazu aber auch einen klaren Nachweis erbringen. Und das heißt, alle möglichen alternativen Maßnahmen, die es noch geben würde, mindestens nach Kapitalwert zu bewerten und darzulegen, dass die halt überall dieser Grenze sind, damit nicht umzusetzen. Genau. Hier sehen wir nochmal, wie im Prinzip alles zusammenzuführen ist, was so ein bisschen der Einstieg meines Vortrags war. Wir sehen, im Kern steht eigentlich die WECV als Verordnung, die zum einen halt für die Strompreiskompensation wirkt. Das heißt, die Unternehmen, die im Emissionshandel sind und wo Energieverbräuche haben, die können dort ein Beihilfeverfahren über diese SPK-Förderrichtlinie beantragen, wo wir dann halt die Anforderungen haben auf § 10 BCV mit dem Energiemanagement-System und so weiter. Da ganz spannend, dass dann gesagt wird, entweder die Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen oder halt 30 Prozent des Stroms auf Erneuerbare umzusetzen. Wir haben das Brennstoffemissionshandelsgesetz, was ganz klar auch die Schnittstelle zum BCV hat, mit § 10 bis 12. Dort haben wir diese Anforderung zur Alternative zu 30 Prozent Strombezug nicht verankert und auf der rechten Seite auch das Osterpaket mit der besonderen Ausgleichsregelung, was dann auch die Schnittstelle auch sozusagen immer auf das BCV zurückgreift, wo wir die grundsätzlichen Anforderungen haben. Ja, genau. Nochmal ein kurzer Einblick hier ins Osterpaket. Wir haben im Endeffekt also auch hier die Regelung, das war entsprechend also als Nachweis bezüglich der Energieeffizienz hier entweder eine 50.001 oder auch ein E-MAS-System, also ein Umweltmanagement-System nach der E-MAS-Verordnung also auch beibringen können oder entsprechend also auch hier eine Regelung und hier sind es die 5 GWH, dass man also eine Einführung in ein Energieeffizienz-System, also hier ist praktisch ein Leitfaden ISO 50005 mit der Stufe 3 dann entsprechend also auch für die Einführung eines Energiemanagement-Systems, also relativ neu. Parallel läuft gerade auch ein Vortrag dazu auf den Berliner Energietagen, das ist eine Norm, die also auch jetzt in die Gesetze reinwandert, aber noch recht druckfrisch ist, sich also auch erstmal noch etablieren muss und also auch keine Zertifizierung, die verlangt. Das ist im Prinzip hier also wie eine Art freiwillige Maßnahme, die dann entsprechend also hier auch einzuführen ist für kleinere Energieverbraucher. Genau und wir haben im Osterpaket dann also auch wirklich, das ist also auch nochmal geändert worden, das war also wirklich in den ersten Entwürfen stand das also nicht so dezidiert drin, dass also hier eine Eigenerklärung auch mit beigefügt werden muss und da geht man also auch sag ich mal über einen Energiebericht, der hier verlangt wird und dieser Energiebericht kann man eigentlich mehr oder minder sagen, koppelt sich an das Review an, also an die Managementbewertung, also das im Grunde genommen im Rahmen der Managementbewertung, da fließen ja alle Aktionspläne, alle Maßnahmen fließen dort rein, müssen also ja auch durch die Leitung, also die Entscheidungsebene entsprechend also auch freigegeben werden und das ist also hier auch nochmal angekoppelt im Gesetz, dass wenn ich natürlich irgendwo Maßnahmen habe, die wirtschaftlich sind, entsprechend also auch bewertet worden sind, natürlich also auch über diesen Filter entsprechend auch freigegeben werden, beziehungsweise wenn keine wirtschaftlich durchführbaren Maßnahmen identifiziert werden, bis also auch hier nochmal einen Bericht also Managementbewertung und da entsprechend also das Protokoll dann natürlich also auch weiterzubringen, dass Maßnahmen entsprechend also auch ja als nicht wirtschaftlich deklariert worden sind. Genau, hier nicht Valerie genannt in dem Gesetzespaket, wundert man sich, wir haben es also, der Kollege hat es ja eben gesagt, im Bereich BECV dezidiert drinnen, also da ist also wirklich die Norm genannt worden, im Bereich Kreiskompensation ist sie auch nicht dezidiert genannt worden, allerdings muss man ganz klar dazu sagen, da leuchteten ja eben auch schon die Felder auf, wir brauchen hier wirklich ein einheitliches Verfahren, es gibt nur die Kapitalwertmethode im Moment als standardisiertes Verfahren, entsprechend auch als Norm und deswegen haben wir also auch hier den Vortrag gleich auch nochmal von dem Uli Nissen, um da auch eine Einleitung, um wirklich hier einen Standard auch zu setzen, der nachvollziehbar ist, auch für Dritte und das muss ja dann also auch, wenn Sie hier eine Eigenerklärung abgeben mit dem Maßnahmenkatalog, muss es entsprechend also auch nachvollziehbar sein und das kann dann also auch nur nach einer standardisierten Maßnahme entsprechend der Valerie laufen. Genau, also hier, wir hatten es eben auch gesehen, 30 Prozent Stromverbrauch aus Erneuerbaren, das sind eigentlich auch die Ziele, wir haben die also auch in diesem Osterpaket drin, wir haben also hier bis bis zum Jahre 2030 bereits 80 Prozent des Bruttostrombedarfs in Deutschland muss da aus Erneuerbaren gedeckt werden und bis 2035 haben wir dann also die 100 Prozent geschuldet, natürlich ist also auch aus der ganzen Krise, die wir gerade alle erleben dürfen und man verankert das natürlich auch zunehmend also Energieeffizienz und auch gekoppelt auch an den Zubau Erneuerbaren zunehmend also auch in den Gesetzespaketen und alternativ natürlich auch immer und das hatte ja also auch der David Koll auch eben schon dargestellt, dass ich diese Schnittmenge habe Richtung Dekarbonisierung, natürlich auch Dekarbonisierungsmaßnahmen in den Produktionsprozessen, wir alle müssen klimaneutral werden die ganze Industrie wir haben also dort ja ist ja nachgeschärft worden in Deutschland also eine Zielsetzung bis 2045 der Klimaneutralität im Gegensatz zu der EU sind wir da also noch ein bisschen sportlicher unterwegs und auch hier verlangt man dann im Prinzip Investitionen in die Produktionsprozesse ja mit einzelnen Umsetzungsfristen das wäre dann hier entsprechend also auch eine Alternative kann natürlich auch alles parallel durchgeführt werden genau und hier nochmal Nachweisführung zur Umsetzung der Prüfung eine Eigenerklärung muss also entsprechend also hier beigebracht werden wenn eine Bestätigung einer prüfbefugten Stelle in der in der Gesetzes ja in dem Gesetzespaket drinne da sehen wir uns natürlich also auch mit in der Verpflichtung weil wir ja im Rahmen der Systeme also EMAs oder Energiemanagement beispielsweise tätig sind und genau genau und dann natürlich also wenn Sie beispielsweise da auch keine wirtschaftlich durchführbaren Maßnahmen sehen auch immer mit gekoppelt mit dem Bericht aus dem Review hatte ich ja gesagt also in dem Gesetzbuch steht Energiebericht und natürlich also auch dem internen Audit weil Sie da ja auch eine energiebezogene Leistungsverwässerung auch nachweisen müssen im Rahmen des internen Audits und natürlich also wie gesagt Filter im Bereich Review weil da die Aktionspläne die einzelnen Maßnahmen dann explizit ja auch auch bewertet sind sie machbar wirtschaftlich machbar oder auch nicht beziehungsweise gehen wir dort rein in diese Investitionen ja diese Eigenerklärung das ist wird natürlich dann entsprechend also in Verbindung mit mit der ISO-Zertifizierung oder EMAs-Validierung entsprechend also auch verifiziert wir sehen da ganz klar eine einheitliche Methode die da notwendig ist wenn man da also verschiedene andere sage ich mal Sachen die bisher auch gebräuchlich waren weil es da nicht sage ich mal diesen Standard bisher also auch so klar gab dann sehen wir natürlich da auch Schwierigkeiten in der Bewertung also hier haben wir wirklich das kommt gleich dann also auch sicherlich in einem Katalog vor einen Standard der so auch nachvollziehbar ist der Aufwand bemisst sich natürlich auch an an der Anzahl der Maßnahmen klar wir müssen natürlich dann entsprechend diese Maßnahmen auch nachvollziehen im Einzelnen und genau das müsste man dann natürlich auch im Rahmen des des Angebotes also praktisch dieses Add-on mit Prüfung der Eigenerklärung dann entsprechend natürlich dann also auch nochmal ausweisen im Rahmen der Angebote ja wenn wir mal so ein kurzes Fazit ziehen dürfen dann dann kann man eindeutig sagen also alles was wir jetzt sehen es gibt im Grunde genommen mehr und mehr eine Symbiose zwischen Klimaschutz und Energieeffizienz wir sehen die Unternehmen müssen sich neu aufstellen also man hat einerseits natürlich jetzt einen Switch von sag ich mal Energieträgern die im Moment extrem kostenspielig werden wir sehen ja die Restriktionen jetzt also auch im Rahmen der Bundesregierung sehen was jetzt also auch als Alternativen mit den Energy Terminals jetzt also auch aus dem Boden gestampft wird und da ist es natürlich ganz wichtig dass sie also eine resiliente Infrastruktur aufbauen dass sie sich Gedanken machen wie kann ich einsparen Habeck sagt ja 10% geht immer und genau das geht ja praktisch in alle Bereiche rein in alle Sektoren rein und die Industrie hat ja da also auch schon viel Vorleistung gebracht aber es ist also auch immer noch möglich da noch energieeffizienter zu werden und Klimamanagement also CO2 Einsparungen verschmilzt zunehmend also auch mit dem Energiemanagement wir haben also auch da ja einen Leitfaden auch zu veröffentlichen und so sollte das natürlich dann also auch eingeführt werden wir erleben es also auch enorm jetzt auch in der 50.006 dass sie natürlich auch immer mehr Richtung CO2 Performance also auch gucken also nicht nur Energieeffizienz über die ENPIs also über die Energiekennzahlen die die klassischen sondern also auch immer über eine CO2 Performance und genau und Energieeinsparungen zum ersten Mal ist also auch hier der Begriff Friedensenergie geflossen also im Rahmen jetzt auch der Debatten man sieht also wir müssen das Tempo beschleunigen das was Habeck jetzt hier vorgelegt hat ist das Osterpaket es gibt noch ein Sommerpaket was uns alle dann im Sommer dann ja erwartet und genau der bestäunigte Ausbau der erneuerbaren Energie ja wenn es dann für uns machbar ist wir wir haben die nötigen Ressourcen Handwerker und Materialien dann denke ich mal ist es also auch auch machbar und wir sehen ja dass erste Sachen da so auch auf den Weg gebracht worden sind und ja sind alle gespannt ob diese Ziele die in dem Osterpaket dann drin sind auch erreicht werden wir selbst tragen natürlich zunehmend eine Verantwortung also alle Akteure weil diese Maßnahmen müssen jetzt also auch transparenter nachvollziehbar entsprechend also auch ausgewiesen werden also wir haben wirklich hier jetzt ja die die entsprechend also mit einer Wirtschaftlichkeitsbewertung dann versehen werden müssen das war so in der Norm also im Bereich EMAs oder auch der 50.001 bisher noch nicht so stark rausgestellt und ist jetzt aber im Rahmen der Gesetzespakete Richtlinien dann eigentlich deutlich rausgestellt worden ja wir freuen uns gleich auf den Uli Nissen aber wir haben also auch schon mit ihm sag ich mal einige Webinare auch schon durchgeführt hier sieht man mal die aktuellen Termine also auch hier im Juni und werden da noch weiter richtig mal ins Eingemachte zu gehen also auch mal Beispiele auch zu rechnen der kann sich hier gerne anmelden unten ist also auch nochmal der Link zu dem Seminar und ich wollte hier also nicht versuchen nochmal einen kurzen Leitfaden den haben wir jetzt gerade veröffentlicht darzustellen für Transformationskonzepte wer diese Förderung in Anspruch nehmen möchte David hatte das ja eben also auch schon genannt der kann hier nochmal reingucken wie sollte so ein Transformationskonzept aufgestellt werden das ist ja wie so eine kleine Studie die dort erstellt wird und mit dem Ziel natürlich der Klimaneutralität und ja das Ganze wird entsprechend gefördert über Scope 1 Scope 2 und man kann das also sich auch zertifizieren lassen und hier ist nochmal das nötigste sag ich mal die Quintessenz haben wir da also in diesen Leitfaden auch zusammengefasst ja es gibt auch einen neben den Energieeffizienz Netzwerken gibt es also auch zunehmend Klima ja Klimamanagement oder Klimaeffizienz Netzwerke und ein Netzwerk hat also auch unser Kooperationspartner die Denef das ist also ein ja ein Verband der hier in Berlin tätig ist der hat hier also auch ein Netzwerk eröffnet und genau das ist eine begrenzte Teilnehmerzahl ich weiß nicht ob man sich noch anmelden kann aber ansonsten sind hier noch die Kontaktdaten es hat also auch hier im April schon einen kleinen Kickoff gegeben wir begleiten das also auch fachlich von unserer Seite und wenn man da Fragen zu hat dann kann man hier auch nochmal den Kollegen den Florian Himmelstein anfunken beziehungsweise ihm eine E-Mail schreiben der kann da also auch nochmal weiterhelfen ja weitere aktuelle Leitfäden finden Sie auch auf unserer Internetseite ganz neu wir haben also auch einen zum Umweltmanagement Einstieg in ein Umweltmanagementsystem herausgegeben und genau und weitere Folgen also auch Umweltmanagement zum Klimamanagement auch diese Brücke wollen wir natürlich neben dem Energiemanagement zum Klimamanagement natürlich auch nochmal schlagen da darf man dann ganz gespannt drauf sein und ja und Nachhaltigkeitsmanagement und die Berichterstattung da gibt es also auch einen Leitfaden der auch bei uns auf der Internetseite zur Verfügung steht Ja kurze Erinnerung noch am 20. September gehen wir wieder mit Ihnen ins Exzellenznetzwerk Energiemanagement dort gibt es also Vorträge aus der Praxis für die Praxis und ja und wenn Sie da noch Input haben also wenn Sie sagen Mensch ich möchte mal selbst irgendwie eine Art Best Practice vorstellen dann ja melden Sie sich gerne wir sammeln da natürlich also auch immer Neuerungen Innovationen auch aus der Praxis aus den Unternehmen und sowas gerne noch mit auf hier nochmal der Appell an alle gerne einfach bei uns melden und genau und ich möchte auch direkt schließen hier nochmal mit dem Bild zum Schluss zurück in die Zukunft und das ist also hier mit ja mit vorherigen EEG also erneuerbaren Energiegesetz ist das mal veröffentlicht worden und damals hat man sieht man ja kämpft hier die fossile Energie im Boxring gegen die erneuerbaren Energien die also noch relativ klein sind noch nicht ganz so mutig und genau die Hoffnung ist jetzt natürlich dass wir wirklich da mal ja einen gleichberechtigten Boxpartner auch bekommen und ja und das also wirklich dieser Zubau uns auch gelingt ja wir haben es lange auf der Agenda die Energiewende und jetzt müssen wir ran und jetzt heißt es wirklich ja schaffen wir es oder schaffen wir es nicht sonst wäre es relativ kostspielig aber wir wussten es also auch schon 2012 und haben es aber noch nicht so richtig wahrgenommen ja und jetzt gebe ich direkt auch das Wort an den Uli Nissen ja ich würde vielleicht davor nochmal bevor wir zurückkommen weil wir jetzt ein paar kleine Fragen haben ich würde die ganz schnell beantworten ja okay Teilnahme an Netzwerken wir hatten ja vorhin gesehen ich mache nochmal diese Grafik hier auf dass sozusagen wenn sie untererzählen GWH haben sind sie halt nicht verpflichtet ein Management System einzuführen sondern dann reicht sozusagen die Mitgliedschaft in ein Netzwerk aus und in dem Fall dann für die Unternehmen verpflichtend es kam einige Fragen zu welche Kosten sind für Energieeffizienz für die einzelnen Maßnahmen mit anzurechnen da wurde auch gefragt ob die Zertifizierung mit reinzurechnen kann wenn wir zugrunde oder die Annahme treffen dass es eine Kapitalwertermittlung je Investition ist dann ist die Zertifizierung natürlich nicht dort mit drin so wie andere parallel laufende sondern der Fokus ist wirklich auf die einzelne Maßnahme und es war nochmal der Wunsch jetzt von einigen nochmal darzulegen in welchen für wen ist jetzt die Valerie wirklich verpflichtend also wir sehen im Prinzip dass wir die drei großen Bereiche haben wir haben zum einen die Strompreiskompensation das sind halt die Unternehmen wie gesagt die im Emissionshandel sind und hohe Stromkosten haben die können halt davon eine gewisse Privilegierung haben da gibt es da diese Förderrichtlinie da ist halt im Prinzip der Mechanismus mit verankert wir haben vorhin gehört dass die Valerie nicht explizit benannt wird aber wir glauben dass sie dort auch verstärkt mit reinkommt wir haben zum anderen ein Brennstoffemissionshandelsgesetz wo wir gewisse Sektoren haben die sozusagen von dieser CO2 Verlagerung betroffen sind die sind aufgelistet die findet man im Brennstoffemissionshandelsgesetz oder in der Carbon-Nikets-Liste diese Sektoren müssen dann halt sozusagen wie auch diese besonderen Regelungen damit betroffen erfüllt und zum anderen die besondere Ausgleichsregelung mit diesen Verpflichtungen hier aber man muss ganz klar sagen wir haben es ja überall nicht gleichmäßig also benannt Valerie in den Gesetzen aber wirklich nachvollziehbar und nach einer einheitlichen Methode verlangt also wirklich hier eigentlich Valerie so kann man das sagen aber ich denke das wird der Uli Nissen gleich auch nochmal rausstellen in seinem Vortrag ja und dann freuen wir uns auf den Uli Nissen und und auf seine ja jetzt geht es geht es ins Eingemachte sozusagen Uli super und dann gehe ich auch gleich mal los was habe ich geplant was möchte ich Ihnen vermitteln wir fangen an mit ganz kurz mit den Hintergründen der Valerie Norm wie ist das ganze Projekt überhaupt entstanden wie ist die Norm entstanden dann machen wir einen kurzen Rundumschlag der Bewertungsverfahren um Valerie verstehen zu können und anwenden zu können muss man sich ein Stück weit mit verschiedenen Bewertungsverfahren auskenne oder zumindest eine gewisse Vorstellung haben wie sie funktionieren und weil ich nicht weiß ob das ob diese Grundkenntnisse überall vorhanden sind hatte ich mir überlegt einen kurzen Rundumschlag der wesentlichen Bewertungsverfahren hier durchzuführen und dann auf die Inhalte der Norm einzugehen und schließlich auf den Umgang mit Valerie in der Praxis Also soll ich das mal wiederholen ich glaube das hat man verstanden die kann man ja auch lesen Workshop Agenda und zwar wichtig ist jetzt noch folgendes das ist ein relativ umfangreicher Vortrag Jochen Buser hatte das schon gesagt und insofern sind anderthalb Stunden eigentlich zu wenig um Valerie substanziell zu vermitteln und was ja auch schon gesagt wurde ist die Folien sind insofern selbsterklärend verfasst worden sie werden bereitgestellt insofern können Sie Sie als Teilnehmer die Inhalte nachlesen wenn Sie irgendwo mal hängen bleiben ich hoffe das ist nicht der Fall aber ausschließlich kann ich das nicht darüber hinaus das wurde ja auch schon gesagt bietet die GOT Akademie Schulung dazu an ich komme zum ersten Punkt Hintergründe der Valerie Norm Hintergründe der Valerie Norm also zunächst einmal konnte man feststellen seinerzeit bevor das ganze Projekt losging dass seit Mitte der 90er Jahre durch zwischenzeitlich große Anzahl an Untersuchungen belegt worden ist dass in Unternehmen generell speziellen Industrieunternehmen ein beträchtliches Effizienzpotenzial vorliegt das nicht ausgeschöpft wird obwohl es wirtschaftlich sinnvoll wäre damit beschäftigen sich eine ganze Reihe von Forschern und die dann auch immer wieder sagen wieso passiert das nicht also wirtschaftlich handelnde Unternehmen müssen doch diese Effizienzpotenziale die positive Kapitalwerte erzeugen ausschöpfen und versuchen Gründe dafür herzuleiten warum das denn so ist das Ganze läuft unter dem Stichwort die Energy Efficiency Gap spielt eine Rolle bei der auch der Entwicklung von Valerie darauf komme ich gleich noch zurück darüber hinaus haben wir seinerzeit 2013 2014 also an meinem Lehrstuhl hier in Mönchengladbach eine umfassende Untersuchung mal durchgeführt wir haben also Wirtschaftlichkeitsanalysen von verschiedenen Unternehmen gesammelt die wurden uns vorgelegt wir haben welche im Internet gefunden Broschüren überall also relativ viele und die wurden dann ausgewertet ich habe das in meinem Buch damals 2014 ein Stück weit veröffentlicht was da rausgekommen ist und diese Untersuchungen machten deutlich dass ein großer Handlungsbedarf besteht wieso die Auswertung zeigten dass die große Mehrheit der ausgewerteten Wirtschaftlichkeitsanalysen massive Schwächen auswies etwa Ergebnisse nicht korrekt Verwendung ungeeigneter Bewertungsmethoden das war sehr häufig der Fall Berechnungsmodell intransparent daher schwierig zu verstehen und nicht nachvollziehbar Zeitwert des Geldes Zinsen also nicht berücksichtigt speziell bei statischen Berechnungsmethoden oder wenn der Zeitwert berücksichtigt wurde dann regelmäßig Zinssatz unreflektiert und mit dem Zinssatz können Sie sehr stark das Ergebnis einstellen und wenn da nicht reflektiert wird wenn da nicht Transparenz gemacht wird auf welche Weise der Zinssatz eingestellt ist dann kann man sehr stark Ergebnisse dahin zaubern die man von vornherein eigentlich auch haben wollte dann andere Dinge wie Risiko und so weiter und so fort sind häufig nicht berücksichtigt worden das war das Ergebnis der Studie im Kern allerdings stellten wir fest dass eine Hauptbarriere besteht und die bestand darin dass in vielen Fällen ganz offensichtlich ein Kommunikationsproblem zwischen jenen die eine Effizienzidee entwickeln und solchen die die Investitionsentscheidung darüber Fällen oder zu Fällen haben ich habe hier mal eine typische Situation dargestellt Sie sehen hier links Produktionsingenieur zusammen mit dem Facility Manager überlegen sich eine Wärmerückgewinnungsanlage weil irgendwelche technischen Prozesse Produktionsprozesse vorliegen die eine sehr hohe Wärmeabgabe nach sich ziehen die sonst irgendwie aufwendig beseitigt werden müsste so die beiden kommen auf die Idee eine Wärmerückgewinnungsanlage zu installieren und entwickeln einen Vorschlag und sich Kostenvoranschläge ein und so weiter stellen fest die Investition käme auf etwa 160.000 Euro und man würde eine Reduzierung des Energieverbrauchs von 30 Prozent erzeugen so dies wird jetzt weil Sie das selbst nicht entscheiden dürfen dem Chefcontroller vorgelegt und was passiert an der Stelle häufig Ablehnung weil entweder Vorschlag unvollständig was wir häufig gesehen haben und oder nicht verständlich und das ist ein gravierendes Problem gewesen so dass am Ende der Vorschlag der vielleicht wirklich auch ökonomisch sinnvoll wäre einfach abgelehnt wird weil hier ein Kommunikationsproblem vorliegt und da wir das sehr sehr häufig feststellten kam der Gedanke auf dass wir etwas brauchen wir brauchen eine Lösung woran könnte die bestehen und wir waren damals der Meinung die könnte daran bestehen dass es ein korrektes leicht verständliches anwenderfreundliches transparentes nachvollziehbares eindeutiges und vor allen Dingen einheitliches Bewertungsverfahren geben sollte um nämlich die technischen Ideen in die Sprache der Entscheidungsträger zu übersetzen und wenn wir so etwas hätten dann würde diese Ablehnung verschwinden und so eine positiv bewertbare Gewermerückgewinnungsanlage würde möglicherweise dann viel mehr Chancen haben auch umgesetzt zu werden womit letzten Endes Energie und damit auch CO2-Emissionen eingespart werden so das war die Lage damals 2013, 14, 15 und da war es mehr oder weniger Zufall dass im Jahr 2016 die EU Generaldirektion Energie zusammen mit der EU-Kommission einen Bedarf an einer Normierung von Wirtschaftlichkeitsberechnung in Bezug auf Energiemaßnahmen gegenüber SFEM signalisiert und SFEM steht für Sektorforum Energiemanagement der ZEN ZEN ist ja die Europäische Normungsorganisation in Brüssel und innerhalb der ZEN gibt es verschiedene Sektorforen die den Link herstellen zwischen der EU Behörden also zwischen EU Kommission und Generaldirektion und der ZEN und so gibt es zum Beispiel auch ein Sektorforum Energiemanagement also das ist sozusagen die politische Brücke zu ZEN und dort wurde dieser entsprechende Bedarf signalisiert wo kam der her Impulsgeber waren unter anderem Finanzinstitute und deren Verbände die Sicherheit und Transparenz bei der Beurteilung von Krediten für Energieeffizienzmaßnahmen benötigten so und aus diesem Grund weil dieser Wunsch geäußert wurde gab es eine Anfrage von ZEN von SFEM sorry vom Sektorforum über den relevanten ZEN Normungsausschuss dann an die entsprechenden nationalen Normungsinstitutionen da wurde gefragt Mensch hätte jemand Interesse so ein Projekt zu initiieren nämlich eine Normierung von Wirtschaftlichkeitsberechnungsmethoden oder von einem Verfahren zur wirtschaftlichen Bewertung von Energieeffizienz und sonstigen Maßnahmen so und das schlug dann auch unter anderem bei unseren deutschen DIN NARGUS A9 ein Jochen Buser ist Mitglied ich bin auch Mitglied dabei und da wir uns da ein Stück weit schon vorbereitet hatten gedanklich ich erwähnte das vorher haben wir diesen Vorschlag gerne angenommen haben gesagt wir machen das und bildeten dann eine Projektgruppe das war dann Ende 16 Anfang 17 und insofern wurde das Projekt eben Anfang 17 initiiert und die finale Fassung ist im Dezember 2021 erschienen Sie haben sie ja vielleicht schon gesehen die wird jetzt ja auch in entsprechenden Rechtstexten erwähnt hier links das Original und hinzu also hierzu ist noch zu erwähnen Valerie ist eine normative Norm bei Normen unterscheiden wir grundsätzlich zwischen zwei Typen informativ und normativ normativ hat verwendet die Modalwerben muss und soll und informative Norm könnte und sollte und normative Norm sind insofern geeignet auf Normkonformität geprüft werden zu können und das war uns von vornherein wichtig und auch deshalb weil es so ist gehen wir davon aus dass deshalb auch Valerie in entsprechende Rechtstexte mit eingeflossen ist so was ist was ist jetzt das besondere um mich langsam jetzt der Valerie auch zu nähern was ist das besondere an der Valerie Norm Sie werden es nachher noch im Detail sehen aber erstmal vorab erstens es ist ein stringentes Verfahren zur systematischen Beurteilung von energiebezogenen Investitionen und zwar bezogen auf Energieeffizienz Maßnahmen aber auch auf Energiebereitstellungsanlagen und damit eben auch erneuerbare Energieanlagen so das heißt es bezieht sich nicht alleine auf Energieeffizienz die Diskussion hatten wir zu Anfang in der Arbeitsgruppe oder in der Projektgruppe weil der Bedarf bezog sich zunächst mal auf Energieeffizienz Maßnahmen aber wir wollten gleich die relativ breite Auslegung haben so dass eben auch Energiebereitstellungsanlagen hiermit abgeprüft werden können dann Valerie steht ja für Valuation of Energy Related Investments geht weit über die Anwendung einer Wirtschaftlichkeitsbewertungsmethode hinaus legt aber eine fest nämlich die Kapitalwertmethode und begründet die Ablehnung der Amortisationszeit und zwar nicht nur der statischen sondern auch der dynamischen so das heißt es behandelt auch eine Wirtschaftlichkeitsbewertungsmethode aber die steht nur im Zentrum die ist nicht von alleiniger Bedeutung denn dazu würden ja auch Fachbücher ausreichen es gibt genügend Fachbücher die die Kapitalwertmethode anhand von Beispielen auch vorstellen darum geht es hier gar nicht sondern hier geht es um ein Gesamtkonzept für die Bewertung von energieorientierten Investitionen ich gehe darauf nachher noch später ein auch auf die Ablehnung der Amortisationszeit dann die Norm umfasst vier anhand von Beispielen erläuterte Schritte das Ganze beginnt mit Modellerarbeitung ich zeichne nachher Beispiele dann sobald das Modell erarbeitet ist Berechnung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit viele landläufig sagt man Wirtschaftlichkeit der Begriff ist eigentlich falsch man müsste eigentlich immer sprechen und so spricht auch die Valerie-Norm die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit und dann Bewertung der Ergebnisse ist ganz wichtig dass man also nicht nur ein Rechenergebnis hervorbringt sondern dass man dieses Ergebnis auch interpretiert also bewertet und das Ganze diese Bewertung landet am Ende in einem Bericht der auch standardisiert ist so dass man sich im Laufe der Zeit an diesen Bericht wahrscheinlich gewöhnt und damit auch gut klarkommt und nicht ständig irgendwelche unterschiedlichen Berichte vorliegen hat und dadurch verwert ist das Ergebnis der Umsetzung der Valerie-Norm im Unternehmen führt zu einer nachvollziehbaren und strukturell einheitlichen Bewertung für betrachtete energiebezogene Investitionen die eine klare Botschaft zur Entscheidungsfindung abgeben das heißt am Ende nach der Durchführung von Valerie können sie in der Entscheidung fällen so ich komme nachher nochmal auf die Details zu sprechen aber vorab das sagte ich vorhin schon mache ich noch einen kurzen Rundumschlag um die Bewertungsverfahren denn sonst können die Leute die Teilnehmer heute die sich noch nicht so sehr mit Investitionsrechnungsmodellen auseinandergesetzt haben unter Umständen den Faden verlieren fangen wir an in Deutschland populäre Methoden ich könnte auch sagen in Nordeuropa in Amerika ist es ein bisschen anders aber wie auch immer so wir wir haben in Deutschland zwei Gruppen von Methoden einmal die statischen Bewertungsverfahren und die dynamischen Bewertungsverfahren die dynamischen Bewertungsverfahren berücksichtigen den sogenannten Zeitwert des Geldes das also Geld das ich in der Zukunft bekomme einen geringeren Wert hat aus heutiger Sicht das wird ausgedrückt durch einen Zins das heißt die statischen Bewertungsverfahren vernachlässigen Zinsen hierzu zählt zum Beispiel die Kostenvergleichsrechnung oder die ganz bekannte statische Amortisationszahl das ist das eine dann haben wir die dynamischen Bewertungsverfahren in Deutschland im Grunde gibt es nur drei wenn man so will die in der Praxis Relevanz haben das ist der Kapitalwert oder die Kapitalwertmethode das ist der interne Zinsfuß und das ist die dynamische Amortisationszeit ich möchte mal ganz kurz auf statische Bewertungsmethoden eingeben denn später kommt ja auch die Begründung weshalb Valerie sie ablehnt ich habe hier mal ein ganz ganz kleine Modelle zusammengefasst der dynamischen Endwertentwicklung also mit Endwerten können Sie Ihre Vermögensentwicklung zum Beispiel betrachten Sie zahlen auf irgendeinem Sparbuch sagen wir mal es gäbe eins was 5% Verzinsung nach sich zöge oder Sie haben eine andere Wertanlage mit 5% Sie zahlen 100.000 Euro ein und warten 5 Jahre und Sie haben jedes Jahr eine Verzinsung um 5% und hier ist Zins und Zinseszins Zins und Zinseszins Zins und Zinseszins sodass Sie nach 5 Jahren 127.000 Euro Wert haben und das ist real Sie haben 127.000 Wert so und insofern ist diese Tabelle mit der Berechnung hier unter Berücksichtigung der Endwerte korrekt wenn Sie hingegen eine statische Endwertermittlung vorsehen würden dann würden Sie den Zins hier negieren den würden Sie sozusagen durchstreichen Sie rechnen mit 0% Verzinsung sodass am Ende nach 5 Jahren aus 100.000 Euro 100.000 Euro geworden sind das ist schlichtweg falsch ist ein falsches Ergebnis deshalb sagen wir statische Verfahren und das zählt nicht das gilt nicht nur für die Endwertermittlung sondern ganz generell führen zu fehlerhaften Ergebnissen und sind daher abzulehnen das sagen wir Studenten auch leider Gottes stehen sie auch immer wieder in Fachbüchern drin ein Stück weit manchmal auch als Warnung aber das wird dann häufig übersehen ich will noch ein konkreteres Beispiel nehmen was vielleicht einige von Ihnen selbst in der Anwendung haben die statische Amortisationszeit die ist sehr stark verbreitet vorne liegt das so also nochmal statische Amortisationszeit ganz kurz ich habe hier mal ein Mini Beispiel Investitionsauszahlungen Sie zahlen 80.000 Euro aus und Sie haben eine Energiekosteneinsparung von jährlich 27.000 Euro und meinetwegen auch noch Wartungs- und Reparaturkosten die werden geschätzt alle 5 Jahre 8.000 Euro Sie sehen hier durch die Vorzeichen das eine ist Auszahlung das andere sind Rückzahlung Retards so hier ist jetzt es gibt verschiedene Formeln das ist die glaube ich gebräuchlichste Formel der statischen Amortisationszeit man rechnet die Investitionsauszahlung geteilt durch den durchschnittlichen Return so das machen wir einfach mal durchschnittlicher Return wäre hier ja 27.000 Euro Einsparung also 80.000 durch 27 die Wartungskosten können wir hier in der ersten Tabelle nicht berücksichtigen weil ich die ja also da steht alle 5 Jahre ich lasse sie mal weg oder ich käme auf die Idee diese 8.000 durch 5 zu teilen dann hätte ich so eine Art Jahreswartungs-Reparaturkosten die müsste ich dann natürlich von der Energiekosteneinsparung abziehen und käme so auf einen durchschnittlichen Return der etwas niedriger ist auf diese Weise kann ich jetzt ganz leicht auf dem Bierdeckel wenn Sie so wollen die statische Amortisationszeit ausrechnen einmal 3,0 und einmal 3,1 Jahre das ist doch eigentlich nicht so viel daran auszusetzen ich sage doch und zwar aus folgendem Grund wo unberücksichtigt bleibt und damit problematisch ist dass die Wirkungsdauer hier gar nicht berücksichtigt worden ist wenn die Energiekosteneinsparung nur ein Jahr andauert oder 5 Jahre oder 10 Jahre das Ergebnis ist immer gleich das ist immer gleich sondern der Zeitwert des Geldes also die der Zinssatz ist hier komplett vernachlässigt der spielt eine Rolle auch in Zeiten niedriger ich sage mal Bankzinsen die Bankzinsen sind irrelevant für die Bemessung des Zinssatzes im Rahmen der Kapitalwertberechnung ich gehe darauf später noch ein der Zeitwert des Geldes spielt eine Rolle und der wird hier überhaupt gar nicht berücksichtigt Preissteigerungsraten und die sind ja gerade bei Energie nicht nur jetzt sondern auch in der Vergangenheit haben die eine Riesenrolle gespielt werden hier nicht berücksichtigt wir gehen mit konstanten Energiepreissteigerung von 27.000 Euro hier aus das schlichtweg falsch die steigen natürlich an wenn bei konstanten Kilowattstundeneinsparungen die werden ja immer teurer dann nichtjährliche Kosten ich sage das gerade hier sind entweder gar nicht oder schwierig zu berücksichtigen in der Regel unvollständige Datenerfassung und die Aussagekraft des Ergebnisses ist mehr als problematisch deshalb sagen wir weg damit und das war schwierig auch in den Normusausschuss Sie müssen sich vorstellen es sind ja viele Vertreter unterschiedlicher europäischer Länder dabei die teilweise selbst statische Amortisationszeiten im Einsatz hatten es dauerte lange die Kollegen zu überzeugen wie dem auch sei trotzdem obwohl die Fachleute einer Meinung sind und vor allen Dingen die statische Amortisationszeit ablehnen wurden sie in der Vergangenheit dennoch häufig in auch relevanten Broschüren oder sogar Rechtstexten mit integriert ich habe hier mal eine ehemalige das ist nicht das aktuelle der aktuelle Stand es gibt einen neuen Stand wo die statische Amortisationszeit nicht mehr vorkommt aber in der Urausgabe dieses Leitfadens den sicherlich viele von Ihnen kennen vom Umweltministerium und Umweltbundesamt da wird hier die statische Amortisationszeit erwähnt es geht sogar weiter selbst in der SPAR-EV die alte die wird ja gerade novelliert wenn wahrscheinlich kommt sie gar nicht mehr da ist ja auch die statische Amortisationszeit sogar ausdrücklich erwähnt also das ist es ist sehr problematisch insofern sagen wir statische kümmern wir uns nicht drum ich mache selbst ich habe nachher eine Vorlesung eine Investitionsrechnung und den Studenten bringe ich statische Amortisationszeit oder überhaupt statische Bewertungsverfahren überhaupt nicht mehr bei warum soll ich denen was beibringen was falsch ist so wir kommen zum nächsten dynamische Bewertungsmethoden ich gehe kurz auf die Inhalte ein die dynamischen Bewertungsmethoden speziell zu Anfang jetzt mal Kapitalwert und die anderen auch leiten sich eigentlich aus dem Endwert ab und der Endwert ist ja der Wert nach einer bestimmten der nominelle Wert nach einer bestimmten Laufzeit ich habe hier mal ein Beispiel aufgeführt Sie betrachten drei Jahre T0 ist immer heute das nach einem Jahr nach zwei Jahren nach drei Jahren Sie haben einen Zinssatz von 10% mal um es besonders einfach zu machen wie hoch ist der Wert oder wie entwickelt sich der Wert Ihrer Einlage von 100.000 Euro in drei Jahren das kann jeder von Ihnen sicherlich alleine rechnen dazu brauche ich Ihnen das eigentlich nicht aufzuzeigen ich mache es aber trotzdem um die mathematische Formel abzuleiten so der Endwert nach einem Jahr EW1 ist 100.000 Euro mal in Klammern 1 plus 10% das 110.000 so EW2 hier die 121.000 da ist ja Zinseszins auch dabei da nimmt man den Vorjahreswert die 110.000 also man nimmt diesen Wert den EW1 eigentlich mal 1 plus 10% und bei T3 macht man genau das Gleiche das heißt was hat man gemacht bei EW3 man hat EW3 genommen 100 mal 1 plus 10% das sind die hier mal 1 plus 10% mal 1 plus 10% und so kommen wir auf die 133 das heißt die Klammerausdrücke können wir zusammenfassen und schon steht da als allgemeingültige Formel EW zu einem Zeitpunkt T ist Z0 Zahlung zum Zeitpunkt 0 mal 1 plus I hoch T das alles so das ist der Endwert aus dem sich alle anderen Berechnungsverfahren ableiten so jetzt gehen wir einen Schritt weiter was für die Unternehmen viel interessanter ist ist der Barwert und schließlich der Kapitalwert was ist jetzt der Barwert der Barwert ist die Umdrehung des Endwertes das möchte ich Ihnen zeigen beim Endwert betrachten wir eine Zahlung heute und wollen wissen welchen Wert hat sie in drei Jahren beim Barwert und das ist viel interessanter speziell auch für Energieinvestitionen da betrachten wir künftige Zahlungen und wollen wissen welchen Wert sie heute haben ja das heißt diese 133.000 Euro können ja eine Energieeinsparung sein oder ein Ertrag einer Solaranlage so welchen Wert haben die 133.000 Euro heute wenn wir einen Zins von 10% meinetwegen zugrunde legen ich sage jetzt schon die Antwort die ergibt sich hier aus der Endwertbetrachtung natürlich 100.000 Euro denn hätte ich die 100.000 Euro und könnte sie zu 10% anlegen hätte ich nach drei Jahren 133 das ist das Spiel so nur wie kriegen wir das und das ist der Barwert so wie kriegen wir das jetzt mathematisch erfasst ganz einfach indem ich zunächst mal ups sorry so indem ich erstmal die Endwertformel hier rüber kopiere also Endwert zum Zeitpunkt T ist Z0 mal 1 plus I hoch T und jetzt sage ich einfach mal als ich den Endwert suchte suchte ich den Endwert und Z0 war bekannt und jetzt ist Z0 gesucht und der Endwert ist sozusagen bekannt das heißt die Zahlung in der Zukunft was ja ein Endwert sein könnte ist bekannt und ich suche nach Z0 so das heißt ich muss diese gleiche nur nach Z0 auflösen mache ich mal das heißt ich nehme jetzt Z0 auf die linke Seite und schreibe EW auf die rechte Seite beziehungsweise ich hole den Klammerausdruck genau links und drehe das Ganze um dann steht da Z0 gleich EWT geteilt durch 1 plus I hoch T so und jetzt mache ich einen Name Change nennen wir das das heißt Z0 das ist ja Zahlung das ist ja Geldwert zum Zeitpunkt 0 Present Value heute das nennen wir Barwert und dieses EWT der Betrag den wir kennen den nennen wir ZT und damit haben wir automatisch die Barwertformel erarbeitet also die Umkehrung der Endwertformel ganz einfach ich habe das jetzt nochmal durch eine durch komplette Wörter hier nochmal ausgedrückt also Barwert gemessen in Euro ist Zahlung zum Zeitpunkt T geteilt durch 1 plus Zinssatz hoch Zeitpunkt T so das ist der Barwert allerdings eine Einmalzahlung dies ist der Barwert eine Einmalzahlung 133.000 Euro wenn wir Energieinvestitionen betrachten haben wir nicht nur eine Einmalzahlung sondern wir haben eine kontinuierliche Zahlung die auch schwankt in der Zukunft so das heißt das müssen wir uns jetzt auch angucken mit anderen Worten kommen jetzt Mehrfachzahlungen ins Spiel und jetzt bin ich beim Kapitalwert das will ich Ihnen auch zeigen Kapitalwertermittlung ist eigentlich nichts anderes als eine Barwertermittlung über mehrere Perioden hier habe ich ein typisches Kapitalwerttableau so wie Sie das in der Valerie Norm finden in der ersten in der ersten Spalte stehen Begriffe und ab der zweiten Spalte beginnen Sie mit den Perioden Periode 0 ist immer heute Periode 1 ist logischerweise also 1 steht für Ende der Periode 1 und so weiter und so fort dieses Tableau hat offenbar 10 Perioden hier geht man davon aus dass der die Projektlaufzeit 10 Jahre beträgt meistens sind die Perioden Jahre so und jetzt trägt man die sogenannten Cashflows die Zahlungsströme ein die man in einem Modell ich zeige Ihnen das nachher zuvor mal abgeschätzt hat zum Beispiel hier bei diesem in diesem Beispiel haben wir eine Investitionsauszahlung von 500.000 Euro wir schreiben immer ein Minus davor um zu signalisieren Minus ist etwas Negatives weil wir das auszahlen hinzufolge ist etwas Positives hier im ersten Jahr nämlich der erste Rückfluss 110.000 Euro so das heißt hier haben wir jetzt irgendwie konstante Rückflüsse was auch immer das für eine Investition ist ich weiß es nicht über offenbar um es einfach zu machen über 10 Jahre konstant 110.000 jedes Jahr so jetzt kam noch was dazu nämlich die Wartungskosten dieses Investitionsprojekt hat jährliche Wartung offenbar und die Kosten oder die werden abgeschätzt mit 10.000 Euro pro Jahr sobald wir also die Cashflows ermittelt haben und sie in eine solche Tabelle eingetragen haben können wir die Spalten aufsummieren das habe ich ich mache es mal eben das habe ich in dieser Zahl in der Saldo-Spalte gemacht und sobald das geschehen ist werden die Barwerte ermittelt die Barwerte pro Spalte das sehen Sie hier zum Beispiel die 86.384 ist nichts anderes als die 100.000 die da drüber stehen geteilt durch 1 plus 5% hoch 3 ich bin ja in der dritten Periode und das sind 86.384 Euro die trage ich hier ein das machen Sie einmal tragen Sie eine entsprechende Excel-Funktion in diese Zelle und speichern das ab und speichern diese ganze Tabelle dort ab wo Sie sie anschließend wieder finden sondern dass diese diese Barwerte ermittlung machen Sie logischerweise für jede Spalte das machen Sie wie gesagt einmal manuell und dann haben Sie das mit Funktion von Excel hier eingetragen und dann wird das ab sofort automatisch erstellt und sobald Sie die ganzen Barwerte haben werden die zusammengezählt und das Ergebnis ist der Kapitalwert das ist der Kapitalwert der Kapitalwert ist also die Summe der einzelnen Barwert ok so weiter geht's also Summe da habe ich hier nochmal dargestellt genau so weiter geht's jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt was bedeuten jetzt die 272.000 als Ergebnis die 272.000 Euro sind immer im Kontext oder in Beziehung zu dem Zinssatz zu verstehen der Zinssatz hat maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis je höher der Zinssatz ist desto kleiner der Kapitalwert so wie legt man jetzt diesen Zinssatz fest das müssen wir zuerst klären um anschließend zu verstehen was der Kapitalwert überhaupt ist und dazu habe ich diese Zeilen hier mal dazu geschrieben und die möchte ich mal eben vorlesen in aller Kürze da könnte man natürlich einzelne Lehrveranstaltungen dazu noch machen der Kalkulationszins I der hier oben im Moment auf 5% festgelegt wird hat einen wesentlichen Einfluss auf das Berechnungsergebnis kurz gesagt richtet sich seine Festlegung bei Eigenkapitalfinanzierung also wenn Sie das Geld haben wenn Sie die Liquidität besitzen nach der besten risikogleichen Alternativanlagemöglichkeit also wenn Sie Sie würden ja irgendwas mit dem Geld machen Sie haben hier 500.000 Euro Liquidität und irgendwas geschieht ja damit im Zweifel geschieht gar nichts dann setzen Sie den Zinssatz zu Null aber in einem Unternehmen macht man das nicht sondern man steckt das in die Produktion oder man hat irgendwelche anderen Anlagenmöglichkeiten so und da müsste man natürlich noch so einen Risikoausgleich schaffen das können wir hier nicht machen das dauert zu lange jetzt gehe ich mal davon aus es gibt eine risikogleiche Alternativanlagemöglichkeit und die würde 5% zustande bringen insofern setze ich den Zinssatz zu 5 wenn hingegen Sie das Geld nicht haben sondern Sie brauchen Kredit und dieses Projekt was Sie im Auge haben ist ganz interessant auch für die Bank dann dann würde man den Kreditzins als Zinssatz nehmen und sollte es eine Mischfinanzierung sein und das ist ja fast der Normalfall in der betrieblichen Praxis dann machen Sie eine gewichtete Mischung aus beiden so weshalb sage ich das das sage ich aus folgendem Grund das lese ich ja erstmal vor dies bedeutet nämlich dass wenn eine Investition ob energieorientiert oder für einen gänzlich anderen Zweck einen positiven Kapitalwert aufweist wie hier dann ist deren Umsetzung für ein betreffendes Unternehmen wirtschaftlich vorteilhaft sofern der Kalkulationszins den allgemeinen Regeln der Kapitalwertberechnung entsprechend festgelegt ist wie ich es gerade sagte beste Alternativanlagemöglichkeit so was bedeutet das jetzt also wir haben diese Anlage die Sie vor sich haben erzeugt zunächst einmal fünf Prozent das ist genauso wie Ihre Alternative und darüber hinaus über die Lebenszeit von zehn Jahren nochmal 272 Euro ein Kollege von mir auch Controlling Prof nennt das Übergewinn um den Begriff Gewinn nicht zu verwenden weil da ja rechtlich definiert ist das ist eigentlich ein ganz guter Begriff das ist so eine Art Übergewinn über die fünf Prozent hinaus so und jetzt kommt der entscheidende Hinweis den habe ich hier unten aufgeschrieben und der betrifft jetzt zum Beispiel die BECV sollten Unternehmen etwa im Rahmen einer Gegenleistung wie bei der BECV verpflichtet werden Energieeffizienzmaßnahmen mit positiven Kapitalwert umzusetzen ist dies insofern nie als Last sondern als wirtschaftlicher Nutzen anzusehen und das bedeutet wiederum ökonomisch rational handelnde Entscheider müssen dazu eigentlich nicht verpflichtet werden die müssen das aus Eigenantrieb machen weil diese diese Anlage die wir hier gerade betrachten die es ökonomisch Vorteil hat die ist besser als die beste Alternative warum macht man das nicht das ist verrückt eigentlich also ich kann es ein bisschen nachvollziehen um die Leute auf die richtige Schiene zu bringen aber wenn wir überall ökonomisch rational handelnde Entscheider hätten bräuchten wir diese gesetzliche oder verordnungsmäßige Regelung eigentlich nicht nächster Punkt und um dann gleich auch zu ja zeitlich passt das um noch genügend Zeit für Valerie zu haben den internen Zinsfuss klammere ich hier aus aus zeitlichen Gründen ist jetzt hier auch nicht von so großer Bedeutung obwohl da durchaus weit verbreitet in Deutschland ist ich lasse ihn weg ich komme zur zweiten wichtigen dynamischen Bewertungsmethode sehr populär wahrscheinlich die populärste überhaupt die dynamische Amortisationszeit ich möchte Ihnen kurz zeigen wie man die dynamische Amortisationszeit berechnet ganz anders übrigens als die statische Amortisationszeit die dynamische Amortisationszeit erstmal als Definition die dynamische ist jener Zeitraum an dem die abgezinsten Rückflüsse Minusbetriebsausgaben in Summe genau die Anschaffungsausgabe deckt sie ist damit der Zeitpunkt an dem der Kapitalwert Null wird das heißt bei einer Investition ob energieorientiert oder nicht völlig egal da gebe ich erstmal Geld von mir liquide Mittel von mir also Cashflows fließen raus so und das mache ich in der Hoffnung dass es einen Return on Investment gibt und der Return sind die Rückflüsse das heißt Energiekosteneinsparung Stromerträge von der Photovoltaikanlage oder was auch immer so und insgesamt sollten die Rückflüsse und zwar die diskontierten also die die zinssatzberücksichtigen Rückflüsse sollten größer sein als das was ich ausgebe sonst ist das Ganze unwirtschaftlich das ist ja irgendwie logisch so und die Amortisationszeit sagt nun folgendes man geht davon aus dass sie zu Anfang Geld auszahlen und nach einer kurzen Zeit haben sie zwar schon Return aber da reicht nicht aus um die Anschaffungsausgabe zu decken sondern da muss ein bisschen Zeit ins Land verstreichen bis irgendwo ein Zeitpunkt gekommen ist an dem die Rückflüsse und zwar die Diskontierten genau diesen Anfangsauszahlungsbetrag entsprechen und das ist die Amortisationszeit so das heißt die Amortisationszeit ist damit der Zeitpunkt an dem der Kapitalwert von Minus geradezu Null geworden ist und ab jetzt wird er positiv so wie ermitteln wir das wir ermitteln das indem wir zunächst mal eine Kapitalwerttabelle aufbauen wie wir es gerade eben gemacht haben hier habe ich sie 100.000 Anschaffungsauszahlung und dann jedes Jahr meinetwegen 21.000 mit Preissteigerung dann eben 22.000 23.000 und so weiter und so fort ich ermittle die Periodenseiten wie gerade eben also die Spalten werden auch summiert dann werde ich dann rechne ich die Spalten um das heißt ich ermittle Barwerte ich rechne beispielsweise 23.153 geteilt durch Klammer auf 1 plus 4% hoch 3 und das ergibt diese 20.582 also alles wie bisher Kapitalwertmethode da anschließend summiere ich die Barwerte aufkomme auf den Kapitalwert okay so jetzt haben wir noch nichts Neues jetzt kommt es mit Amortisationszeit jetzt sagt die Amortisationszeit ja als der Punkt an dem der Kapitalwert positiv wird das heißt man geht davon aus man könnte unterschiedliche Kapitalwerte haben indem man die Periodenzahl T variiert man sagt also wir können uns ja vorstellen dass diese Kapitalanlage diese Energieeffizienzmaßnahme nicht notwendigerweise 10 Perioden hat sondern vielleicht nur 9 oder vielleicht nur 8 oder vielleicht nur 7 das heißt wenn sie 7 hätte dann könnte ich dies ja durchstreichen so und könnte 9 Kapitalwert ausrechnen indem ich für die Periode 7 sämtliche Barwerte aufsummiere bis zur Periode 7 und dann aufhöre so das heißt wenn ich so denke dass ich also hier verschiedene Spalten und damit Perioden wegschneide kann ich Kapitalwerte in Abhängigkeit von der Zeit ermitteln und genau das findet statt das heißt ich habe es hier glaube ich nochmal kommt das jetzt genau jetzt kommt es deutlicher ich nehme mal als Beispiel diesen Kapitalwert bei drei Perioden also minus 38.839 ergibt sich aus der Summe der Barwerte von minus 100.000 plus 20.192 plus 20.386 plus 20.582 Ergebnis ist minus 38.839 und siehe da noch negativ das heißt hier haben wir offenbar die Amortisationszeit noch nicht erreicht ich kann leider nichts verstehen es ist sehr durcheinander hallo war da eine Frage also ich glaube jemand hat aus Versehen sein Mikro an Luftballspot Hal Freise hat sein Mikro an das sollte ausscheiden ach so okay dann mache ich weiter ja das passiert immer wieder so also ist soweit klar also das heißt wir haben hier jetzt verschiedene Kapitalwerte Abhängigkeit von der Zeit so und damit ist und wenn wir das so darstellen wir machen das immer mit formatierter mit 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 relativ mit mit bedingter Formatierung und dann kann man und zwar immer dann wenn sie wenn die Kapitalwerte negativ sind wird es rot dargestellt sonst grün dann kann man hier sehr schnell sehen aha der das Vorzeichen der Vorzeichenwechsel findet zwischen Periode 4 und 5 statt also irgendwo dazwischen etwa nach viereinhalb Jahren ein bisschen mehr offenbar liegt die Amortisationszeit man kann das per Dreisatz dann auch noch genau ermitteln und käme dann auf 4,86 Jahre okay so das ist Amortisationszeit jetzt kommen wir zu den Schwächen der Methoden das ist jetzt für Valerie wichtig zunächst mal Kapitalwerte mit Tode sind wir da Auffassung mal abgesehen davon dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzen muss insbesondere was die Interpretation der Ergebnisse angeht weist sie eigentlich keine Schwächen auf hier ist so ein Grundmuster so eine Grundtabelle und wir gehen normalerweise so vor am Anfang machen sie eine technische Potenzialanalyse sie haben irgendeine meinetwegen einen Keramik Brennofen und entwickeln technische Ideen und stellen fest mit dieser Idee könnten wir eine Gigawattstunde im Jahr sparen und dann tragen sie die hier ein für die Perioden ab 1 bis 10 zum Beispiel so und sobald die technische Analyse abgeschlossen ist holt man Angebote ein und stellt fest also diese Maßnahme würde 400.000 Euro kosten und zu welchem Rückfluss führen der Rückfluss wäre die 1000 Megawattstunden pro Jahr mal einen spezifischen Energiepreis von meinetwegen 100 Euro pro Megawattstunde also 100.000 Euro im Jahr so und dann hat man im Grunde alles und man rechnet dann die Salden zusammen ermittelt die Barwerte summiert sie auf und am Ende hat man das Ergebnis nämlich den Kapitalwert das ist natürlich eine vereinfachte Darstellung also an der Kapitalwertberechnung wird eigentlich nie kritisiert weil sie stringent ist weil sie nachvollziehbar ist und weil man mithilfe von solchen Tabellen alles ganz gut nachvollziehen kann so wie sieht es mit der dynamischen Amortisationszeit aus auf die dynamische bin ich auf die statische bin ich ja schon eingegangen zunächst einmal folgendes die erste Schwäche die ist vielleicht nicht ganz so gravierend aber dennoch erwähnenswert ist folgendes die dynamische Amortisationszeit sagt nichts über den Umfang des Effizienz- oder Einspareffektes aus ich habe hier mal so fünf Beispiele von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt rechts Austausch von Leuchtmitteln Bewegungsmelder Toilette bis hin zur Einbindung eines Blockheizkraftwerkes und auf der anderen Seite habe ich dann die Amortisationszeit mal ermittelt und auch die Kapitalwerte und guckt man sich die Amortisationszeit an und hätte man nur sie als Entscheidungsparameter dann würde man hier ganz klar die Maßnahme Nummer eins und Nummer zwei an die erste Stelle setzen nämlich Bewegungsmelder Toilette und Austausch von Leuchtmitteln ja kann man machen aber wirklich bedeutende Maßnahmen wie etwa die Einbindung eines Blockheizkraftwerkes mit einem wunderbaren Kapitalwert würde da völlig durch die Rosten fallen und also hier kann man eigentlich erkennen dass die Amortisationszeit zwar ein Indikator sein kann aber es sagt nichts über den Umfang aus der Umfang wird wiedergespiegelt ein Stück weit durch den Kapitalwert nicht nur aber auch so der nächste Punkt und das ist eine ganz gravierende Schwachstelle ist das die Unternehmen die mit Amortisationszeiten auch mit dynamischen arbeiten die legen in der Regel Amortisationszeit Restriktionen fest ich arbeite seit vielen Jahren mit dem Thema oder an dem Thema Investitionsrechnung und habe demzufolge mit vielen Unternehmensentscheidern schon entsprechende Diskussionen gehabt und immer wieder frage ich sagen sie haben sie jetzt welche Berechnungsmethode wenden sie an und viele eben dynamische oder statische Amortisationszeiten ich sage fragt dann immer wie wonach entscheiden sie dann wenn meinetwegen herauskommt irgendeine größere Geschichte hätte fünf Jahre dann sagen die ja wir haben eine Restriktion ich sage ja wie lautet die denn und meistens ist nichts über drei in den allermeisten Fällen übrigens nicht nur in Deutschland sondern weltweit offenbar ich habe das nie statistisch erfasst aber die Gespräche die vielen Gespräche die stattgefunden haben deuten darauf hin so und wenn ich dann frage ja wieso drei warum nicht vier oder zweieinhalb dann bekommen sie irgendwelche merkwürdigen Antworten die nie rational sind manchmal heißt es ja der Vorgänger hätte das auch so festgelegt oder das hat man in der Uni gelernt oder irgendetwas ja es ist nie rational und merkwürdig so hier ist ein Beispiel hier sagt der Controller weil er sich eine Idee mit den irgendwelchen Technikern überlegt hat der Kapitalwert beträgt 66.000 Euro der interne Zinsfuß wäre 12% und damit sehr hoch und die technische die dynamische Amortisation seit viereinhalb Jahren wie sollen wir entscheiden und der Chef sagt viereinhalb Jahre ist entschieden zu viel drei Jahre ist unser Limit ich sage daher nein so also relativ irrational das Ganze und das krasseste kommt jetzt und da bin ich durch auch mit der Einführung in die Methoden hier sehen Sie mal eine ein Beispiel das Beispiel von vorhin eine Energieinvestition eine Energieeffizienz Investition 100.000 Euro Auszahlung wir haben das ja alle schon durchgerechnet mit entsprechenden Energiekosteneinsparungen und hier kommt ein Kapitalwert raus von 110.000 Euro und wir rechnen hier auch mal die dynamische Amortisationszeit raus und die beträgt 4,86 das ist für Energieeffizienzmaßnahmen sogar relativ gut und jetzt passiert folgendes dass jemand sagt Moment wir haben wir haben da was falsch berechnet sondern wir sollten nicht mit 10 Jahren Laufzeit rechnen sondern diese Maschine soll ja auch in 5 Jahren abgebaut werden das heißt die Wirksamkeit unserer Energieeffizienz Idee wird nicht 10 Jahre sein sondern 5 also müssen wir die Energiekosteneinsparung der letzten 5 Perioden streichen was passiert jetzt wenn wir das tun das mache ich jetzt mal mit dem Ergebnis was Sie sehen ist hier der Kapitalwert bricht in sich zusammen schon kurz vor der Nullerschwelle ist immer noch offenbar wirtschaftlich vorteilhaft aber nur noch ganz knapp der Kapitalwert der vorher super war bricht total in sich zusammen was passiert mit der Amortisationszeit die bleibt konstant die bleibt konstant warum bleibt sie konstant weil alle Zahlungen nach Erreichen der Amortisationszeit schlichtweg nicht berücksichtigt werden hier das ist das ist Null ist zwar für den Kapitalwert schlimm aber für die Amortisationszeit irrelevant weil wir die Amortisationszeit ja von links nach rechts rechnen und in dem Moment wo eine Amortisationszeit ermittelbar ist bricht der Algorithmus ab er hat sein Ergebnis gefunden das heißt alle Zahlungen danach sind irrelevant und das ist für Energieeffizienz oder sonstige Energie auch Regenerativinvestitionen fürchterlich weil das in der Regel Langläufer sind noch krasser und das zeige ich Ihnen auf der nächsten Seite ist folgendes hier habe ich erstmal das wiederholt von gerade eben also die Tabelle kopiert und jetzt stellt man zusätzlich noch fest dass versäumt wurde ein Rückbau am Ende der Nutzungszeit einzuplanen meinetwegen für eine große Windenergieanlage für den man sagen wir mal 20.000 Euro ansetzen sollte was passiert mit dem Ergebnis hier ist der Rückbau minus 20.000 in Periode 6 der Kapitalwert geht in den Negativbereich also das Ganze ist wirtschaftlich völlig unvorteilhaft was passiert mit der Amortisationszeit die bleibt immer noch konstant das heißt selbst solche Rückbaukosten am Ende die man eigentlich einplanen müsste hier sind sie sogar eingeplant aber die sind für das Ergebnis irrelevant weil sie nicht mathematisch nicht berücksichtigt werden also vom Algorithmus nicht berücksichtigt werden aus diesem Grunde sind wir und das haben wir vertreten gegenüber auch Ministerien aber vor allen Dingen auch gegen unseren Kollegen in den entsprechenden Normungsausschüssen sagen wir folgendes die Amortisationszeitrechnung die Amortisationszeitrechnung ist keine wirtschaftlich berechnungs wirtschaftlichkeitsberechnungsmethode da sie nicht alle relevanten Zahlungsströme erfasst insofern unvollständig rechnet sie sollte daher nicht Grundlage von Investitionsentscheidungen sein in der Liquiditätsplanung mag sie helfen um zu sehen wie schnell kommt das Geld zurück aber für Investitionsentscheidungen nicht geeignet weil sie unvollständig ist und deshalb das sagen nicht nur ich das sagen einige wenn nicht alle sagen dass es sich um gar keine wirtschaftlichkeitsberechnungsmethode handelt gleichwohl ist die Methode zur vermeintlichen Ermittlung der Wirtschaftlichkeit sehr populär insbesondere bei Nichtfachleuten der Investitionsrechnung stellen wir fest und das ist ein Problem denn Energieeffizienzinvestitionen sind regelmäßig langfristorientiert wenn dann wie üblich Amortisationszeitrestriktionen festgelegt werden in der Regel drei Jahre wie ich schon sagte ist die Anwendung der Amortisationszeitrechnung regelmäßig ein Killer weil kaum eine Effizienzmaßnahme drei Jahre schafft obwohl nicht selten hohe Kapitalwerte vorliegen aus diesem Grunde ist zum Beispiel diese Broschüre vom Uber BMU von seiner Zeit die linke Seite hatte ich Ihnen vorhin gezeigt auch komplett dahingehend überarbeitet worden dass jetzt die Amortisationszeitrechnung die ja hier noch aufgeführt worden war die ist gestrichen und wir rechnen nur noch mit der Kapitalwerte Methode und genau das wird empfohlen in dem neuen Leitfaden also in der zweiten Auflage da können Sie das können Sie sogar hier von der Webseite des Uber auch herunterlagen im Anhang dieser Broschüre ist hier sogar ein ein Spezialanhang mit dabei und der nennt sich Amortisationszeit als Bewertungsmaßnahmen für Energieeffizienzmaßnahmen sehr problematisch und da wird auf drei oder vier Seiten glaube ich erklärt warum das so ist ok genau und entsprechende Hinweise im Übrigen finden Sie und jetzt komme ich zu Valerie entsprechende Hinweise finden Sie in der Valerie-Norm in Anhang C wird genau beschrieben auf welcher Grundlage das das eine Bewertungsverfahren nämlich die Kapitalwertmethode ausgewählt worden ist das steht im Anhang C genau drin das kann man da nachlesen so wir kommen jetzt wie gesagt auf Valerie zu sprechen wir haben noch eine dreiviertel Stunde Zeit das ist wunderbar links ist das Original rechts ist die deutsche Fassung das Original erschien im September 21 die deutsche Fassung im Dezember letzten Jahres und wie ich schon sagte hier steht auch in der deutschen Fassung Valerie und das ist ja die englische Abkürzung von Valuation of Energy Related Investments so Inhalte der Norm wie ist die Norm aufgebaut vorhin sagte ich schon es gibt vier große Hauptschritte das erste ist die Modellerarbeitung dann kommt die Berechnung dann die Bewertung und Interpretation der Ergebnisse und dann wird ein standardisierter Bericht zu erstellen sein so dass man in der Zukunft auch allenfalls geringe Probleme hat die Ergebnisse wirklich zu verstehen so auf diese Details hier komme ich gleich zu sprechen deshalb werde ich diese Grafik jetzt nicht bearbeiten weil ich die einzelnen Schritte hier gleich aufzeige okay das Ganze beginnt mit und ich habe das anhand eines Beispiels mal versucht darzustellen und zwar ist das Beispiel aus der Valerie Norm auch eine Pummanlage wird hier verdeutlicht man beginnt mit der Ermittlung der Nutzen und Anstrengung damit sind wir auch noch im vormonetarisierten Bereich das heißt wir reden nicht sofort über Euros oder Dollars oder Pfund oder so sondern wir wollen ganz bewusst erstmal die Nutzen verbal erfassen die Nutzen auch was wir nennen Anstrengung und mit Nutzen ist gemeint ein energiebezogene Effekt ich zeige gleich Beispiele energiebezogene Effekte energiebezogene Nutzen unmittelbar dann zusätzliche finanzielle Effekte und vielleicht noch sonstige Effekte die Nutzen bringen für das Unternehmen und die werden später möglicherweise monetarisieren können bei den Anstrengungen haben wir zusätzliche finanzielle Effekte oder sonstige Effekte was ist damit gemeint das kann man am besten verstehen wenn man sich ein Beispiel anguckt also Nutzen ist zum Beispiel oben zunächst einmal jährliche Energieeinsparung das ist ein energiebezogene Effekt das ist der Nutzen wir haben irgendeine Effizienzmaßnahme vor Energieeinsparung soll zustande kommen das schreiben wir erstmal als solches verbal auf dann zusätzliche finanzielle Effekte könnte sein verringerte Wartung und Reparaturkosten weil die Anlage jetzt neuer ist und irgendwie die Pumpen besser funktionieren kann und auch Schrott wird erhalten Pumpen zum Beispiel da kann man sich alles mögliche vorstellen zusätzlich jetzt die finanzielle Effekte die über die Energieeinsparung hinausgehen und dann haben wir natürlich noch so ein Dummy für sonstige Effekte zum Beispiel hier Reduktion der Lautstärke Tippfehler der Lautstärke wahrscheinlich kaum monetarisierbar aber dennoch erstmal hier erwähnen und Erhöhung der Produktionssicherheit vielleicht und damit haben wir den Nutzen erstmal erfasst wir müssen immer versuchen vollständig zu sein dann guckt man sich die Anstrengung an zum Beispiel Investitionsausgabe für die neuen Pumpen das ist natürlich immer dabei Sie müssen ja Geld ausgeben das gehört zu einer Investition dazu und dann haben Sie vielleicht noch Planungskosten oder Installationskosten und so weiter das sind alles zusätzliche finanzielle Effekte und dann sonstige Effekte zum Beispiel Produktionsausfälle während des Einbaus oder was auch immer also sonstiges die nicht finanziell unmittelbar ermittelbar sind sobald Sie diese Liste einfach mal erarbeitet haben das ist der erste Schritt geht man auf die nächste Seite kopiert diese Liste sozusagen und führt jetzt aus versucht jetzt eine Datenerfassung und Monetarisierung hinzubekommen zu allen diesen Effektangaben die Sie zuvor ja festgelegt haben ich will die Tabelle ist relativ umfangreich ist eine Beispieltabelle in der Praxis könnte sie noch größer sein ich zeige nachher auch welche aus der Praxis ich will nicht auf jedes Detail eingehen sondern nur auf die Überschrift also hier waren die Effekte der ERI ERI Energy Related Investment dann gibt es einmal dann den Umfang dann müssen Sie sagen okay wie groß ist der Nutzen wie groß sind die Anstrengungen so dann die Frage ist das Ganze monetarisierbar ich sagte Fünsche und bei der Lautstärke eher nicht dann schreiben Sie dann nein und für alle die monetarisierbar sind sollten Sie dann Wert pro Einheit aufführen also spezifische Kosten zum Beispiel die jährlichen Energieansparungen mögen 150.000 Kilowattstunden sein bei der Maßnahme und der Wert pro Einheit wäre 18 Cent die Sie einsparen so jetzt kann man das miteinander verrechnen und kommt hier zum Beispiel auf den Gesamtwert in Euro pro Jahr für das erste Jahr weil hier ja noch nicht Preissteigerungen berücksichtigt sind das kommt gleich dann wird hier die Frage gestellt ist es eine einzelne oder eine regelmäßige Zahlung oh hier ist ein Fehler sehe ich gerade das ist natürlich einzeln so und dann einzelne Zahlung dann dann haben wir hier Zeitpunkt der Zahlung ist hier auch da ist hier ein Fehler drin ist ist Periode 0 dann Preisänderungsrate ist hier auch Quatsch da hier sorry Entschuldigung das ist doch richtig das ist doch eine regelmäßige Zahlung die jährliche Energieerfahrung oh Mensch Sie haben recht jetzt habe ich jetzt habe ich mich vertan ich habe gedacht oh Mann ich habe jetzt gerade gedacht das wäre die Anfangsinvestitionsausgabe Sie haben völlig recht insofern stimmt das sogar alles jährliche Einsparung ich habe das mit dem hier verwechselt regelmäßig dann Zeitpunkt der Zahlung jährlich dann jährliche Einsparung wie auch immer ermittelt jetzt ist sie wahrscheinlich höher als mehr als 3% pro Jahr Degradation bei Photovoltaik und so weiter Windenergie relevant hier offenbar nicht und dann relevant für Abschlussbericht sondern sagen Sie meinetwegen ja oder nein und gehen dann in die nächste Zeile und versuchen diese Tabelle komplett auszufüllen so wenn diese Tabelle komplett ausgefüllt ist dann haben Sie das Modell wir nennen das das Modell das ist die Input-Tabelle für Ihre Kalkulation so darüber hinaus bevor wir jetzt auch kalkulieren darüber hinaus guckt man sich dann nochmal die wesentlichen Einstellparameter an also da fragen Sie sich bei den verschiedenen Daten die man für eine Kapitalwertberechnung brauchen welche sind jetzt relevant und welche können variieren und da hat man hier in dem Beispiel festgelegt oder gesagt der Kalkulationszins ist ein bisschen unklar auch über die Zeit wir können vielleicht auch mit unterschiedlichen Kalkulationszinsen arbeiten und nicht mit einem Konstanten über die gesamte Laufzeit dann die Energiepreissteigerungsrate da sollten wir auch ein bisschen spielen also das sind die Einstellparameter die wir jetzt erstmal so einstellen wie Sie meinen dass Sie total realistisch sind aber die dennoch mit gewisser Vorsicht zu behandeln sind sodass wir sie später variieren können gleiches gilt hier für Preissteigerung Nichtenergie aktueller spezifischer Energiepreis meinetwegen im ersten Jahr nämlich und dann Anzahl der Planungsperioden so wenn wir das haben dann bauen wir die Valerietabelle die Kapitalwerttabelle aus so wie wir das vorhin beschrieben haben bearbeitet haben und zwar im Grunde mit genau dem gleichen Format so sieht das die Valerienorm vor und man erkennt sehr schnell hier im Kopf der Tabelle die Einstellparameter da steht auch extra einstellbar dabei das heißt das sind die Parameter die wir für spätere Sensitivitätsanalysen variieren werden so aber Sie führen jetzt also eine Berechnung durch die Tabelle die stellen Sie einmal auf und dann haben Sie die für ewig sozusagen weil hier hat alles was hier unten drin steht das sind ja alles Excel-Funktionen was Sie immer nur wieder neu eintragen müssen sind die geschätzten Cashflows die für Ihr Projekt möglicherweise zustande kommen so das tragen Sie da ein und bekommen ein erstes Ergebnis das ist das Most Likely Case Ergebnis das ist das wo Sie glauben das ist das wahrscheinlichste Resultat der ganzen Geschichte so jetzt sagt die Valerie-Norm allerdings gerade bei Energieinvestitionen ist es notwendig dass man die mit den Hauptparametern auch eine Variation durchführt so das heißt man nimmt sich die Hauptparameter vor die ich gerade eben erwähnt habe die nimmt man sich hier in eine Tabelle die Ergebnisse des Most Likely Case die liegen Ihnen ja vor das war das von gerade eben ich gehe nochmal zurück 238.202 das Ergebnis mit diesen Einstellungen so und das wird hier in diese Spalte eingetragen so und jetzt sagen Sie was ist Worst Case was ist Best Case so wie könnte es schlimmsten Fall aussehen wie könnte es bestenfalls aussehen und diese Eintragung nehmen Sie hier vor das sind natürlich alles Schätzungen völlig klar aber besser als gar nichts so und Sie tragen das hier ein übertragen dann diese Einstellungen erneut in so eine Tabelle ich zeige es Ihnen nachher im Praxisbeispiel in so eine Tabelle und gucken Sie sich die Ergebnisse an und ideal ist das was hier jetzt rauskommt dass selbst im Worst Case noch ein positiver Kapitalwert erscheint das heißt Sie sind total auf der sicheren Seite diese Anlage oder diese Option würde ich auf jeden Fall umsetzen in vielen anderen Fällen haben Sie hier meinetwegen minus 100 5000 oder was auch immer dann muss man nochmal zurückgehen und gucken wo sind hier die Schwachpunkte wo sind die Gefahren ja und das kann man ganz gut erkennen indem man dann darüber hinaus über die Szenarioanalyse hinaus eine Sensitivitätsanalyse durchführt die ist aber gemäß Valerie auch freiwillig das heißt hier würde man jeden einzelnen Parameter für sich variieren und immer gucken und zwar meinetwegen plus minus 50% und immer gucken wie stark reagiert der Kapitalwert auf Variationen dieser Parameter das Ganze macht man dann visuell sichtbar mit Hilfe solcher Liniendiagramme und erkennt relativ schnell dass hier dieses dieser Parameter hier also diese Linie die steilste Linie ist und worum handelt es sich hier das wird die jährliche Menge der eingesparten oder produzierten Energie sein das heißt die hat den größten Einfluss in diesem Fall auf das Ergebnis und deshalb muss man sich das Ganze nochmal ganz genau angucken um da eine gewisse Sicherheit herauszubekommen wenn man das Ganze durchgeführt hat ist das in einem Bericht in einem Bewertungsbericht festzuhalten der ist auch standardisiert wie hier dargestellt ist relativ unspektakulär Sie müssen dann eben schreiben worum geht es hier wer ist der Vorschlagende welches Datum kurze Beschreibung der Investition dann Zusammenfassung der Ergebnisse hier findet die Interpretation des Ergebnisses statt die Ergebnisse als Excel-Tabelle fügen Sie bei dass der Adressat auch wirklich alles vollständig nachvollziehen kann das steht denn hier auch Anhang Tabelle 1 Tabelle 2 Tabelle 3 in einem bestimmten Excel-Tableau und man kann alles nachvollziehen und das war es das war es eigentlich okay so jetzt kommt hier mal ein Beispiel das hatte ich schon angekündigt ein Beispiel was im Moment für mich gerade aktuell ist wir haben das die Valerian-Normen natürlich schon mehrfach angewendet und das ist jetzt für mich das Aktuellste hier ging es um eine relativ große Photovoltaikanlage das möchte ich Ihnen mal zeigen das habe ich hier auf auf dem Excel-Pendant für Apple das ist Numbers und da machen wir das meist so nur dass Sie mal ein Gefühl dafür bekommen diese Valerie Tabellen die kommen hier erst gleich bevor Sie sich an Valerie machen sammeln Sie erst mal alle Informationen die wichtig sind hier ging es um relativ große das sieht man hier auch relativ große Gebäude mit relativ großen flachen Dächern und da hat man sich überlegt eine größere PV-Anlage zu installieren und wir sammeln und diese Information werde ich jetzt nicht im Detail durchgehen ich will Ihnen nur zeigen wie man vorgehen könnte dass man erst mal alles was Sie meinen was relevant ist hier zusammensammelt und zwar einmal als verbal Angaben dann und Wertangaben so und dann kommen hier Anmerkungen dazu für Diskussion und wenn die Diskussion abgeschlossen ist dann haben Sie im Grunde hier das sogenannte Modell mit dem Sie jetzt eine Valerie hier Umsetzung durchführen können und dies ist schon Valerie das heißt hier schreiben wir erst mal Bezeichnung des Projektes Beschreibung des Projektes so und jetzt haben wir hier das was ich Ihnen als Tabelle gerade eben schon gezeigt habe hier werden jetzt die Lasten aufgeführt also Last ist zum Beispiel Beschaffung der PV-Module Beschaffung Wechselrechter Planung und Montage etc. Betriebskosten das war es so und dann wird der Umfang angegeben Einheit Monetarisierung möglich ja nein und so weiter alles das was ich Ihnen gerade eben gezeigt habe und das gleiche machen wir mit dem Nutzen so da werden auch bestimmte Zahlen angegeben und alles das was Sie hier angegeben ist Most Likely es ist das was Sie für am wahrscheinlichsten halten so jetzt gibt es noch eine Sondertabelle die habe ich hier fündig erwähnt Ermittlung des Zinssatzes gehe ich jetzt auch nicht drauf ein so und dann werden diese Szenarien fertig gemacht das heißt ich hole mir aus den Tabellen hier oben die Angaben für den wahrscheinlichsten Fall die ich anschließend in die Kapitalwirt Tableaus übertrage das ist der wahrscheinlichste Fall und darunter ist auch schon mein Kapitalwert Sie sehen das gar nicht so riesig hier ist alles ähnlich wie das was ich vorhin gezeigt habe hier vorne sind die Einstellparameter die hole ich mir von hier oben beziehungsweise ganz oben und hier sind jetzt die Auszahlungen hier sind die Rückzahlungen oder Einzahlungen so die werden jetzt über die Zeit hier aufgeführt hier sind hier ist die Periodennummer also viertes Jahr fünftes Jahr sechstes Jahr und so weiter wie weit geht das hier in diesem Fall sogar 25 Jahre so und dann werden die Spalten aufsummiert hier was wir hier gemacht haben diskontiert also die Barwerte ermittelt und die Barwerte werden zusammengetragen und das ist dann der Kapitalwert für den wahrscheinlichsten Fall für den most likely case und genau das gleiche das läuft bei uns automatisch ab haben wir dann worst case und best case Infos die dann ihre Werte aus dieser Tabelle holen und das war es eigentlich das war es eigentlich und so auf diese Weise das erste Mal ist immer schwierig da müssen Sie solche Tabellen anlegen und ich würde Ihnen auch empfehlen das wirklich selbst mal zu machen Sie nehmen sich die Valery-Norm und bauen auf der Grundlage dieser Norm solche Tabellen auf weil Sie dadurch ein Gespür dafür bekommen wie das Ganze funktioniert und sobald Sie es einmal gemacht haben glaube ich ist die Handhabung relativ einfach ich komme zurück zu meiner Folienpräsentation und bin damit mit der Einführung in die verschiedenen Methoden und auch mit der Darstellung oder Vorstellung der Valery-Norm zunächst mal durch und komme jetzt auf den letzten Abschnitt meines Vortrages ich hoffe ich noch nicht zu schnell und zwar Umgang mit Valery in der Praxis das ist mir noch ganz wichtig weil jetzt Valery eben in verschiedenen nicht nur Gesetzestexten oder Verordnungstexten sondern eben auch in einer Norm mit eingebaut worden ist und das habe ich mal hier aufgelistet auf die das Osterpaket komme ich gleich noch gesondert also was was habe ich hier aufgeführt erstens in der künftigen Zenn-Norm 16247-1 Energieaudits die kennen sie ja alle wird empfohlen bei der Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen die Batterienorm zugrunde zu legen die kommt wahrscheinlich kommt noch dieses Jahr raus würde ich schätzen die ist ja gerade in der Revision gewesen und soweit ich weiß ist auch der Abstimmungsprozess glaube ich schon abgeschlossen so dass wahrscheinlich in kürzer vor allem die Strich 1 die Energieauditnorm wie gesagt in kürzer erscheint und da wird da sind ja in der Jochen Buse hat es vorhin erwähnt dass bei EMAs und auch bei ISO 50001 eine explizite Forderung der Wirtschaftlichkeitsbewertung von in Frage gekommenen Effizienzmaßnahmen nicht gefordert ist das ist ja witzigerweise anders bei der Energieauditnorm da ist es gefordert ja auch wenn die Energieauditnorm natürlich wesentlich schwächer ist als ein ISO 50001 System aber bislang war es eben so dass man die Wirtschaftlichkeitsbewertung mehr oder weniger nach gut dünken durchführen konnte und das ist so ein bisschen verändert worden jetzt jetzt ist auf jeden Fall in Bezug zu Valerie dort hier gestellt dann kommt glaube ich auch in diesem Jahr noch eine Norm auf den Markt nämlich die EN oder ja die EN 17669 die Energy Performance Contracting Norm und dort ist geregelt dass sich die Kalkulation von Contracting Gebühren nach der Valerie Norm zu richten hat also die da es gibt im Anhang dieser Norm auch ein Kalkulationsschema zur Ermittlung von Contracting Gebühren und das ist direkt in Anlehnung an Valerie auch geschehen da waren wir mit daran beteiligt so dann was ja vorhin schon erwähnt wurde in der Carbon Leakage Verordnung ist vorgeschrieben dass die Gewährung von CO2 Beihilfen die Ergreifung von wirtschaftlich durchführbaren Klimaschutzmaßnahmen voraussetzt zum Beispiel 80% des Beihilfebetrags sind 2025 wobei die Wirtschaftlichkeit durch Anwendung der Valerie Norm festzustellen ist so da kommt das Problem wie kann man das sicherstellen dass das auch nicht gemacht wird darauf komme ich gleich zu sprechen so im Rahmen eines 2021 gerade abgeschlossenen Bundesfinanzministeriums Projektes haben Sie vielleicht mitgekriegt wir waren selbst mit daran beteiligt deshalb kann ich da was erzählen also im Rahmen eines Projektes vom Bundesfinanzministerium ausgeschriebenen Forschungsprojekt ist sollte unter anderem auch untersucht werden es ging um die Novellierung des Energiesteuergesetzes und des Stromsteuergesetzes da ist ja in diesem Jahr eine Novellierung notwendig weil die Genehmigung seitens der EU ausläuft und da sollte unter anderem auch untersucht werden ob bei der künftigen Gewährung des Spitzenausgleichs die Valerie Norm als Grundlage zur Bestimmung der Wirtschaftlichkeit von Effizienzmaßnahmen zugrunde gelegt werden sollte allein schon die Tatsache dass das untersucht werden sollte deutet ja darauf hin dass das zumindest in Frage kommt mehr kann ich dazu nicht sagen und für die künftige das wurde auch schon erwähnt die künftigen Strompreiskompetition des EU-ETS-Systems ist vorgesehen dass nahezu analog zur BICV nahezu analog die Gewährung von Beihilfen die Ergreifung von wirtschaftlich durchführbaren Klimaschutzvorsamen voraussetzt wobei die Wirtschaftlichkeit durch Anwendung der Valerie Norm festzustellen ist so und darüber hinaus und das ist jetzt dennoch weil das vorhin auch erwähnt wurde die vielleicht Neuigkeit mit Blick auf das Osterpaket und dort im Inhalt das Osterpaket ist ja ein Artikelgesetz und jeder Artikel steht für eine Neugesetzschaffung oder Gesetzesänderung und in Artikel 3 geht es um eine Neugesetzschaffung nämlich das Energieumlagengesetz und dort findet man nicht in dem Bereich wo man denkt es finden zu können sondern nicht in § 30 oder 31 oder 32 sondern in § 2 unter den Begriffsbestimmungen findet man den Bezug zu Valerie und zwar Begriffsbestimmung Nummer 24 und da steht drin im Sinne dieses Gesetzes ist durchführbare Maßnahme jede Maßnahme die bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Rahmen des Energiemanagementsystems nach höchstens 90% der vorgesehenen Nutzungsdauer 90% darüber wollen wir gleich nochmal sprechen einen positiven Kapitalwert aufweist und jetzt kommst der unter zugrunde liegen der 17463 Ausgabe Dezember 21 ermittelt worden ist so und das ist der Bezug zu Valerie das heißt über Valerie wird der Begriff wirtschaftlich durchführbare Maßnahmen nicht wirtschaftlich vorteilhaft das ist ein Begriff aus der Valerie-Norm der ist auch korrekt und hier ist jetzt ein etwas anderer ich glaube sogar ganz bewusst gewählt worden finde ich auch gar nicht mal so schlecht das sage ich auch gleich warum dann steht drin in § 30 Voraussetzung der Begrenzung der besonderen Ausgleichsregelung der künftigen gilt folgendes bei bestimmten Unternehmen werden Umlagen begrenzt sofern 50.001 oder E-MAS vorliegt und das Unternehmen energieeffizient ist das ist ja interessant das heißt der Gesetzgeber definiert Energieeffizienz also definiert die Eigenschaft dass ein Unternehmen energieeffizient ist nämlich er meint damit folgendes entweder das ist ein oder eine oder Verknüpfung entweder Umsetzung aller wirtschaftlich durchführbaren Maßnahmen die im Energiemanagementsystem konkret identifiziert worden sind das heißt das steht aller wirtschaftlich durchführbaren Maßnahmen ihr Begriff hier oben das heißt die müssen nach Valerie bewertet werden also wenn sie Maßnahmen im Köcher haben in der Liste stehen haben dann müssen die nach Valerie bewertet werden jetzt guckt man sich an was am Ende rauskommt so und all jene die positiven Kapitalwert aufreisen müssen umgesetzt werden so jetzt kann es aber natürlich sein dass sie so toll sind dass da nichts mehr ist was wirtschaftlich vorteilhaft ist jedenfalls im Moment das ändert sich natürlich mit steigenden Energiepreisen dann könnte das rauskommen keine wirtschaftlich durchführbaren Maßnahmen konkret identifiziert worden sind dann gelten sie auch als Energieeffizient oder Einsatz von mindestens 50% des im letzten Jahr gewährten Begrenzungsbetrags das ist die Einsparung letztendlich sehr komisch schwer zu interpretieren im Übrigen gewährten Begrenzungsbetrags für Maßnahmen die im Energiemanagement konkret identifiziert worden sind und dann noch verschiedene andere Dinge darauf will ich nicht eingehen weil es nicht der direkte Bezug zu Valerie sondern hier geht es darum also dass man prüft was ist wirtschaftlich vorteilhaft oder finden wir finden wir keine die wirtschaftlich vorteilhaft sind das ist § 30 und was auch noch wichtig ist und das betrifft jetzt vor allen Dingen die Zertifiziere aller GUT-Zern ist die Nachweisführung das wurde ja vorhin schon erwähnt es müssen Eigenerklärungen erstellt werden dahingehend ob wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit vorliegt oder eben gerade nicht und dazu braucht es eine Bestätigung der prüfungsbefugten Stelle so wie geht man damit um wo ist das Problem wir haben drei Probleme hier in diesem Kontext das eine ist dieses nach höchstens 90% der vorgesehenen Nutzungsdauer was ist denn damit gemein das will ich Ihnen gleich zeigen das heißt wirtschaftlich durchführbare Maßnahme das heißt die bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Rahmen des Energiemanagementsystems nach höchstens 90% der vorgesehenen Nutzungsdauer in positiven Kapital gucken wir uns gleich an dann kommen wir auf den Punkt noch keine wirtschaftlich durchführbaren Maßnahmen sind konkret identifiziert worden da sehe ich eine Manipulationsgefahr dass man Kapitalwerttablos so hin bastelt dass in jedem Fall immer negative Kapitalwerte rauskommen dann würde man diesen Tatbestandsmerkmal erfüllen und bekäme die volle Beihilfe das darf das darf ja auch nicht sein das ist im Grunde die lockerste Möglichkeit hier entsprechende staatliche Privilegien zu bekommen und das darf natürlich sein das heißt hier besteht Manipulationsgefahr und da möchte ich noch abschließend auf diesen Punkt eingehen nämlich was kann denn die prüfungsbefugte Stelle durchführen sodass es am Ende eine Bestätigung hier ausgeben kann wir fangen mit dem ersten an nach 90% der vorgesehenen Nutzungsdauer und dazu habe ich erneut wieder so ein Kapitalwert-Tableau mit einem Beispiel zusammengefasst jetzt sehen Sie vielleicht auch warum ich vorhin doch ein bisschen intensiver auf die Methodik auf die Methoden eingehen musste damit man sowas jetzt eben auch alles versteht ich habe den 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 Text aus dem Gesetzesanwurf hier nochmal aufgeführt und möchte Ihnen Folgendes zeigen das heißt wir haben hier ein klassisches Kapitalwert-Tableau hier im Kopf stehen Kalkulationszins Preissteigerungsrate spezifische Stromkosten alles wie das Valerie Forda technisches Einsparpotenzial Investerausgabe so und jetzt habe ich zwei Zahlen hinzugefügt nämlich ne eine die eine ist sowieso da nämlich die Nutzungsdauer hier geht man meinetwegen davon aus diese Anlage oder diese Maßnahme hat eine Lebensdauer von 10 Jahren und jetzt steht hier 90% höchstens 90% 90% von 10 Jahren sind 9 können wir mal festhalten also nach 9 Jahren in diesem Fall nach 9 Jahren muss ein positiver Kapitalwert vorliegen ok so schauen wir uns mal in diesem Beispiel an hier sind die verschiedenen Perioden spezifische Energiepreise mit Preissteigerungsrate wie Sie sehen können dann haben wir die Investitionsauszahlung 380.000 Euro und Sie haben Energiekosteneinsparung nämlich 250.000 Kilowattstunden mal dem jeweiligen spezifischen Energiepreis und dann kommt man auf diese Werte so das Ganze wird jetzt aufsummiert was natürlich lächerlich ist aber man muss es machen die Spalten dann ermitteln wir die Kapitalwerte also die Tabelle tut es man summiert die Kapitalwerte auf so das sind die kumulierten Barwerte wenn man eine Amortisationszeit berechnung machen wollte in diesem Fall gehe ich nicht so weit aber ich will Ihnen zeigen wie hoch es denn der Kapitalwert wenn man nur 9 Perioden berücksichtigt nämlich 90% sondern in diesem Einzelfall das habe ich natürlich so ein bisschen zurechtgefummelt um meine Argumentation zu untermauern aber es ist absolut denkbar es ist so dass diese Anlage hier nach 10 Jahren wirtschaftlich vorteilhaft wäre das heißt bei einem Zinssatz von 3% und das wäre die beste Alternativanlagemöglichkeit wird ein Kapitalwert von bei 42.000 Euro erzeugt insofern besser so was sagt jetzt das Gesetz das sagt naja wirtschaftlich durchführbar gilt alles was nach höchstens 90% einen positiven Kapitalwert hat wie hoch ist der Kapitalwert nach 9 Perioden oh der ist negativ minus 2000 das heißt gemäß Gesetz gilt diese Anlage als wirtschaftlich nicht durchführbar gleichwohl sie wirtschaftlich vorteilhaft ist das habe ich hier nochmal geschrieben diese Maßnahme ist zwar wirtschaftlich vorteilhaft positiver Kapitalwert die Umsetzung für ein Unternehmen insofern ökonomisch sinnvoll Steigerung des Unternehmenswertes gilt nach dem künftigen ENUG allerdings nicht als wirtschaftlich durchführbar und deshalb glaube ich auch dass sie bewusst diesen Begriff hier gewählt haben um nicht mit Vorteilhaftigkeit in Konflikt zu graben also gilt nach dem künftigen ENUG allerdings nicht als wirtschaftlich durchführbar und muss daher nicht umgesetzt werden dies steht im Widerspruch zu Valerie irgendwie macht das nicht so viel Sinn aber gut wir müssen mal überlegen ob man da mal versucht das Ministerium darauf noch hinzuweisen denn es ist ja glaube ich alles noch ein Entwurf so ist ja noch nicht ein verabschiedetes Gesetz so nächster Punkt war Manipulationsgefahr hier habe ich noch aufgeführt also es besteht die Gefahr dass Unternehmen und das gilt nicht nur für das ENUG sondern auch für das BECV da gilt ja eine ähnliche Redung dass Unternehmen geneigt sind Maßnahmen die in der Maßnahmenliste etwa im Rahmen eines Energieaudits erarbeitet worden sind bewusst negativ zu rechnen weil man dann auch die Privilegien bekommt wenn man das nachweisen kann so was meine ich damit wie kann man sich das vorstellen hier wieder Beispiele hier haben wir ein Basistableau mit einer Anlage die man wirklich neutral meinetwegen so berechnen würde mit 3% Kalkulationszins das ist die beste Alternativanlagemöglichkeit man schätzt die Preissteigerungsrate mit 4% ab und so weiter und so fort so jetzt kommt man plötzlich auf ein Ergebnis von 31.000 also fast 32.000 Euro und sagt ja das wäre eigentlich also insofern eigentlich ist diese Maßnahme wirtschaftlich Vorteil ab jetzt sagt aber meinetwegen der Energiemanager oder die Geschäftsleitung nein 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 wir sollten versuchen die Kapitalwerte auf Negativergebnisse hinauslaufen zu lassen weil das viel einfacher ist dann kriegen wir sowieso die Beihilfe so ganz einfach getan was mache ich ich ändere den Kalkulationszins von 3% auf 5% und was erzeuge ich hier eine Kapitalwertveränderung von plus 31 auf minus 10 das ist über in Hand und Drehen wenn man wirklich kein Verständnis dafür hat dann merkt man das auch nicht und zwar nur alleine anhand des Basiskalkulationszinsfußes nächstes Beispiel ich sage mal so ich drehe jetzt mal nicht am Basiskalkulationszinsfuß sondern ich sage die Preissteigerungsrate von 4% ja die könnte auch vielleicht nur 2% sein wer merkt das schon ja was passiert 32.000 Euro reduzieren sich auf minus 10 also auch nicht wirtschaftlich vorteilhaft wenn ich das so möchte so nächster Punkt das ist glaube ich der dritte und letzte dazu ist genau ich sage einfach mal und wer will mir das Gegenteil beweisen diese Anlage wird nicht 10 Jahre in Anspruch genommen sondern wir gehen davon aus dass die Projektlaufzeit nur 8 Jahre ist und damit habe ich auch eine gewaltige Veränderung des Kapitalwertes das ist natürlich denkbar und Leute die sich damit jetzt dann irgendwann auskennen die könnten diese ich sage mal Variation so im Sinne der Unternehmenslinie so handhaben hier habe ich das Ganze nochmal zusammengefasst also Basis ist ein positiver Kapitalwert irgendwie eine Maßnahme die wirklich wirtschaftlich vorteilhaft ist aber die können wir ganz leicht negativ rechnen so und das müssen wir jetzt berücksichtigen wenn ich jetzt zum Kern komme und zum Ende meines Vortrags auch wenn wir nämlich auf die Nachweisführung kommen da muss man so ein bisschen gefeit sein das künftige Gesetz schreibt ja vor dass also eine prüfungsbefugte Stelle sich da diese Kalkulation angucken muss und nicht nur angucken sondern irgendwo auch Klausitests macht und am Ende erklärt ja das ist in Ordnung das ist ich gehe davon aus das entspricht der Realität so wie kann wir da vorgehen da habe ich zwei Vorschläge erstens steht in Anhang E der Valery Norm selbst ist eine Checkliste aufgeführt hier Anhang E der Valery Norm und die habe ich mit einem Hauch weiterentwickelt diese Checkliste ist eigentlich für die Unternehmen gedacht die ist dafür gedacht dass man sich selbst prüft am Ende habe ich eigentlich alles berücksichtigt was diese Valery Norm als Pflicht fordert so und innerhalb dieser Checkliste sind drei Bereiche die jetzt für diese Eigenerklärung meines Erachtens oder für die Eigenerklärungsprüfung wichtig sind und zwar Nummer 4 Nummer 5 und Nummer 6 fort und zwar einmal Bestimmung der Investitionslaufzeit und der Cashflow Zeitpunkte hatte ja gerade gezeigt damit hat man enormen Manipulationsspielraum dann Bestimmung des Kalkulationszinssatzes und Berücksichtigung von Risiken Auswirkungen von Preisschwankungen und Degradation so und da sind so ein paar Fragen hier aufgeführt die man sich selbst beziehungsweise dann dem Kontenklienten stellen kann ist die Laufzeit der Investition angemessen eingestellt sind die auftretenden Zeitpunkte der Cashflows abgeschätzt und plausibel wir kommen über also es kann glaube ich kaum mehr als eine Plausibilitätsprüfung sein aber das reicht vielleicht in der Zukunft häufig auch aus dann sind die Zinssätze für Eigen- und Fremdkapital nachvollziehbar ermittelt und erläutert worden ist die Höhe der jeweiligen Zinssätze plausibel ich gehe gleich noch ein bisschen weiter ins Detail und schließlich hier wird das Risiko als Reduktion der Rückflüsse berücksichtigt gibt es Aussagen über die Risikosituation der Investition und vor allem werden unterschiedliche Preisschwankungen berücksichtigt und sind sie plausibel so das ergibt sich schon aus dieser Checklist und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und habe jetzt beispielshaft mal eine Tabelle hier aufgeführt nur die Tabelle ich bin jetzt noch nicht mehr im Bericht der Bericht muss natürlich auch gegengecheckt werden aber nur die Kalkulationstabelle die möglicherweise jetzt negativen Kapital wird aufweisen ich habe mich in die Rolle versetzt eines Zertifizierers einer Zertifizierungsstelle und mir wird das jetzt vorgelegt und ich muss jetzt kritisch prüfen kann das denn sein dass bei dieser Maßnahme wirklich ein so negativer Kapital rauskommt das heißt ich gehe jetzt einen nach dem anderen Parameter durch und gucke mir 6% an und frage mich erstmal selbst ist das plausibel 6% das ist sehr hoch das muss man mir schon mal erklären ist das überhaupt korrekt und um eine gewisse Sicherheit zu bekommen könnte ich ja fragen können Sie mir mal andere Investitionsrechnungen zeigen die Sie für ganz andere Sachen außerhalb des Energiebereichs machen möchte ich gerne mal vorgelegt bekommen so würden es ja auch Wirtschaftsprüfer machen die machen ja solche solche Checks solche Querchecks ab und zu und das würde ich mir zeigen lassen um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen kann das sein und dann redet man darüber und dann sagt vielleicht der Kunde naja 6% ist schon ziemlich hoch gegriffen und dann einigt man sich vielleicht auf 4% oder sehnlich weil das eben korrekter zu sein scheint gleich ist mit Preissteigerungsrate das ist für den Zertifizierer noch einfacher wenn da heute stünde 2% für Gas dann würde ich von vorne an sagen das wird natürlich nicht akzeptiert das ist ja viel zu wenig also mit anderen Worten nachvollziehbar korrekt Fragezeichen spezifische Stromkosten muss man prüfen nachvollziehbar korrekt da kann man gucken zeigen sie mir die letzte Energierechnung da steht mein Ding drin nein die haben nur hier die haben 22 Cent nee weniger 10 Cent nur gezahlt dann müsste man das korrigieren dann technisches Einsparpotenzial ist natürlich eine technische Frage sie gucken sich die Beschreibung eines Projektes an und fragen sich kann das hinkommen mit den 200.000 Kilowattstunden das ist abhängig davon ob sie das verstehen oder nicht das kann man nicht allgemeingültig sagen dass man das sehr gut prüfen kann aber ich würde auf jeden Fall für mich selbst fragen ist das plausibel ist das nachvollziehbar ist das korrekt und dann auch die Investitionsausgabe da kann man natürlich sich mal den Kostenvoranschlag vorlegen lassen so schließlich auch diese acht Jahre die natürlich eine Riesenrolle spielen sind die acht Jahre nachvollziehbar warum haben die hat das Unternehmen acht Jahre festgelegt das ist erstmal zu begründen ja normalerweise steht das eigentlich auch im Bericht dann nachher drin und am Ende Kapital wird da habe ich hinter dem Fall hier noch ganz vergessen was zu schreiben ist der dann korrekt dann am Ende nachdem sie die anderen Geschichten da geprüft haben so damit bin ich auch fast durch und möchte darauf hinweisen dass einiges was in der Valerie-Norm steht tatsächlich aus diesen Untersuchungen von damals stammte und deshalb ist auch dieses Buch was ich 2014 geschrieben habe Energiekostenmanagement sehr sehr da steht sehr viel über Investitionsrechnung im Energiebereich drin und deshalb ist dieses Buch auch mit in die Literaturenweise der Valerie-Norm mit eingeflossen so jetzt haben wir das noch ein bisschen schneller geschafft als ich das gedacht hatte jetzt ist es ungefähr fünf vor zwölf erstmal bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt können wir gerne noch Fragen diskutieren vielen Dank ja vielen Dank Uli vielen Dank für den prägnanten und inhaltsreichen Vortrag also und also auch nochmal für den Schluss dass du auch nochmal ganz klar aufgezeigt hast welche Kriterien auch notwendig sind wo man darauf achten sollte wo man auch manipulieren kann also genau das ist für uns denke ich mal alle ein großer Erkenntnisgewinn und jetzt sind hier noch ein paar Fragen in dem Chat sind da drin ja David vielleicht Uli soll ich zusammenfassen ja es kamen ganz ganz viele Fragen so in die Richtung naja welche Maßnahmen sind jetzt überhaupt zu berücksichtigen und ist die kann ich die Valerie Norm jetzt überhaupt für alle möglichen Maßnahmen berücksichtigen bin ich jetzt sozusagen beschränkt auf technische Maßnahmen aber kann ich zum Beispiel auch Energieeffizienz eines Neubaus oder sonstiges mit berücksichtigen kannst du da vielleicht mal was zu sagen wie weit die Kapitalwertmethode in allen möglichen Bereichen Anwendung findet also ja ja kann ich gerne also zunächst also ich will mal ich will dazu eine Folie zeigen die ist vielleicht wirklich gar nicht schlecht eine Sekunde also da ist zum Beispiel auch die Frage Uli hier erneuerbare Energie kannst du jetzt im Prinzip ja auch Projekte im Bereich erneuerbare oder sowas dann also ja das hatte ich ja das Beispiel habe ich ja vorhin gezeigt mit diesen Dächern die wo wir jetzt gerade von unserer Hochschule im Übrigen da sind wir jetzt dabei massiv Hochschuldächer mit Photovoltaik Panels auszustatten und da kannst du genauso Valerie anwenden Valerie ist nicht notwendigerweise nur anzufinden wenn der Gesetzgeber das fordert sondern das ist eine Norm die auch für den normalen privaten Anwender hilfreich sein kann ich will zwei Folien dazu zeigen und zwar genau ich gehe mal eben hier wieder ins Screensharing und zwar auf die Frage wo man das anwenden kann also zunächst mal hier das sind noch Originale aus den Zenn-Sitzungen the usage of Valerie Standard by the different das sind die different target groups also einmal Companies households wenn sie wenn sie meinetwegen eine Photovoltaikanlage installieren wollen wenn sie Energieeffizienzmaßnahmen sie wollen wissen lohnt sich das ja oder nein dann Financial Institutions das daher kam ja auch der Impuls die wollen Loans hier Kredite vergeben und wollen Sicherheiten haben dann Regulators die machen das ja im Moment ziemlich heftig und selbst letzten Endes in der Beziehung zwischen Companies und Companies also meinetwegen hier Auditors wollen bewerten ob bestimmte Maßnahmen Sinn machen oder nicht und dafür ist die Norm auch gedacht so warte mal was ich zeigen will ist dies hier die Frage wo setzt man das ein und zwar wo setzt man diese Norm ein ich sag mal so wir haben lange Zeit das Problem gehabt das Unternehmen sagten ja Kapitalwertmethode haben wir zwar im Unternehmen auch im Einsatz aber nur für große strategische Investitionen und alles andere läuft so auf statischer Amortisationssebene ab so und da haben wir dann mal irgendwann unterschieden dass wir sagen es gibt einmal Investitionen für die Geschäftskontinuität und es gibt wesentliche strategische Investitionen die einen Einfluss auf den Wert eines Unternehmens haben so und hier bei solchen kleinen Geschichten also wenn es darum geht meinetwegen irgendwelche Bewegungsmelder für die Lichtausschaltung in den Sanitärräumen zu installieren dann ist Valerie völlig übertrieben sondern es geht einfach darum das ist substanzielle Investitionssumme in Euro Betracht zu nennen ist schwierig aber ich würde mal sagen unter 20.000 Investitionssumme würde ich Valerie nicht anwenden das ist der Aufwand einfach viel zu groß hier bei dieser Grafik haben wir folgendes gesagt hier unten haben wir Investitionen die verstanden werden als kostenverursachende Aktivität neutrale oder negative Wahrnehmung haben wir da häufig festgestellt so und das wird dann abgewickelt entweder über Budgets ohne spezielle Bewertung das heißt bestimmte Kostenstellenleiter können bis zu was weiß ich 20.000 Euro ausgeben oder eben Amortisationszeitrechnung plus allgemeiner Regel drei Jahre oder ähnliches so und davon müssen wir weg wir müssen hin zu Investitionen wir müssen vor allen Dingen strategische Investitionen größere Sachen die verstanden werden als Wertsteigerungsaktivität und wenn das der Fall ist dann brauchen wir auch typischerweise die Sprache der Entscheider und das ist dann am Ende ich klicke es mal zu Ende das ist dann für eine nennenswerte Ausweitung von Eris und den daraus resultierenden Energieeinsparungen ist es notwendig dass wir uns auf SEU orientierte Investitionsentscheidungen konzentrieren die typischerweise Kapitalwertberechnung voraussetzen und das müssen die Unternehmensleitung auch erstmal verstehen das ist manchmal auch häufig ein großes Problem und wenn wir Energieeffizienznetzwerke starten wir machen das ja regelmäßig dann sprechen wir immer als mit den Unternehmensführern um zu erkunden nach welchen Bewertungsmethoden sie entscheiden und wenn ein Unternehmen standhaft bleibt und sagt nee vor uns kommt nur die statische Amortisationszeit oder die dynamische Entfragen dann arbeiten wir mit denen nicht zusammen das wollen wir nicht weil das Quatsch ist so also nochmal zusammenfassend ich würde Valerie für alles mögliche anwenden also sowohl Effizienz und dazu zählt eben auch Gebäudeeffizienz Renovierung von Gebäuden gerade und auch erneuerbare Energien aber vielleicht ab sagen wir mal 20.000 30.000 Investitionsauszahlung weil ich glaube wichtig wird vielleicht um auch viele Aspekte hier der Fragen einfach zusammenfassen also ich denke mal wichtig wird natürlich die Frage was ist als Energieeffizienzmaßnahme zu bewerten sage ich mal wir haben jetzt im BCV erstmal den Verweis darauf dass alles was so im Rahmen des Energiemanagements als Maßnahme identifiziert wurde das sehen wir dann natürlich auch als ein wesentlicher Prozess im Rahmen der Prüfung weil es steht ja alle Maßnahmen das ist ja vorhin schön gehighlighted in deiner Grafik auch das ist ja erstmal bedingt auch hat das Unternehmen überhaupt alle Maßnahmen in dieser Form bewertet die nicht sein können das ist ein bisschen der erste Schritt im Rahmen der Zertifizierung was wir aber auch im Energiemanagement schon kennen das zweite wird dann gab es eine Bewertung eine stringente Bewertung und auch plausible und zutreffende Berechnung nach der Kapitalwertmethode die wir jetzt ja gerade gelernt haben wo wir glaube ich auch in so einer bisschen Erfindungsphase sind auch im Rahmen der Zertifizierung wo wir gucken müssen was kriegen wir für Studien was kriegen wir für Literaturwerte für Zinsveränderungen für Preissteigerungswerte weil die Aufgabe stellen sich ja alle in Deutschland das ist ja nichts wo jedes Unternehmen eine andere Herangehensweise haben sollte sondern eine Grundannahme sozusagen wo wir auch gucken müssen dass wir da zumindest einen plausiblen Spielraum finden und sagen okay für Preissteigerung Energie ist das und das für uns begründbar alles andere können wir an der Stelle nicht akzeptieren weil genau wie du gesagt hast Uli da sehen wir auch eine Manipulationsgefahr einfach hoch oder runter schiebt da muss man sich dann auch mit den Behörden wahrscheinlich finden und sagen okay was kann man anerkennen und was nicht vielleicht so nochmal als Abschluss hast du für uns Teilnehmer irgendwie eine Empfehlung wo man mal nachschauen kann auch zu sagen ich mal Investitionsrechnungen dass man auch sieht okay hat man irgendwie alles mit berücksichtigt oder auch auch Kostenabschätzung hast du da irgendwas wo guckst du selber nach ja gut wir haben natürlich lange Übungen deshalb ist es ganz schwer zu sagen also wir ich glaube das legen sie also mein Rat ist vielleicht einfach legen sie einfach los legen sie los nehmen sie die Ballerinoin ich glaube die ist einigermaßen einfach umsetzbar machen sie das einfach mal sie brauchen dafür sicherlich einen Tag vielleicht ist so eine Schulung bei der GUT Akademie im Vorwege vielleicht sogar ganz hilfreich und dann macht man das und dann bekommt man ein Gefühl dafür und wenn man das ein zweimal gemacht hat dann weiß man auch worauf man achten muss was relevante Parameter sind wie die Einstellung der Parameter sinnvollerweise vorzunehmen ist und vor allen Dingen auch dass man es komplett hat dass man alle relevanten Cashflows ermittelt hat bei Energiemaßnahmen ist das meistens nicht schlimm stelle ich fest das ist in anderen Investitionsbereichen völlig anders sondern wir haben eine Anfangsauszahlung immer dann haben wir meinetwegen Installationskosten dann und das war es eigentlich zu Anfang Planungskosten so vielleicht noch monetarisierbarer Produktionsausfall so und dann haben wir eventuell noch zusätzliche darum geht es ja Wartungskosten im Laufe der Zeit und das war es und was sind die Returns das sind entweder Energieeinsparungen oder Energieerträge die wir einspeisen was anderes gibt es ja gar nicht ich glaube das ist nicht so schlimm ich würde also meine Empfehlung David ist einfach mal ausprobieren mehr kann ich dazu nicht sagen jetzt war hier noch noch eine Frage die wollten auch mehrere interessiert wie sieht es eigentlich aus ich habe jetzt alles bewertet ich habe im Grunde positiven Kapitalwert jetzt ist natürlich berechtigerweise gibt es begrenzte Ressourcen Umsetzung dieser die müssen ja irgendwo zur Verfügung stehen wenn die entsprechend nicht da sind ich meine du hattest ja du hattest ja vorhin auch schon gesagt im Endeffekt ist es ja ein Selbstläufer wenn das Ding positiv ist und ich habe das gerechnet eigentlich ist es dann von selbst aus intrinsisch ja eigentlich interessant das umzusetzen weil das wirtschaftlich voranbringt so aber im Rahmen der Gesetzgebung habe ich jetzt irgendwo den Zwang Filter wenn positiv muss ich irgendwo auch reinvestieren ich muss irgendwo bestimmte Investitionen jetzt tätigen also mit diesen beiden Sätzen die wir da hatten gekoppelt an die zukünftigen Jahre ja also für mich ist es eigentlich so ein bisschen selbsterklärend aber vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen und dann noch eine weitere Frage das hatte ich mir auch gestellt du hast ja dieses Tableau und diese Tools auch vorgestellt gibt es da eine Vorgabe gibt es irgendein Tool was man wie so eine Schablone die die ja den den Nutzern zur Verfügung gestellt werden könnte man könnte sich das ja selbst bauen in Excel oder könnte man da nicht irgendwie auch sowas zur Verfügung stellen was eigentlich alle dann nutzen können mit den Parametern die du eigentlich auch sehr schön also die du auch sehr schön dargestellt hattest okay zwei Punkte erstens das Thema was du zu Anfang ansprachst mit Ressourcen das stimmt also es ist im Grunde man hat einen Wettbewerb um die Ressourcen die da sind aber man muss sich das so vorstellen hier ist ein Unternehmen und das hat ist meinetwegen gut liquide oder eben nicht ist hoch verschuldet oder gut liquide so wenn es gut liquide ist und eine Menge Eigenkapital besitzt dann kann man theoretisch so lange Energieprojekte durchführen und zwar mit Eigenkapital bis man bis das Eigenkapital sozusagen bis die Liquidität aufgebraucht ist rein theoretisch so und wenn es dann immer noch ganz tolle Projekte gibt die würde man ja jetzt auch anders rechnen da würde man jetzt nicht mehr die beste Alternativanlagemöglichkeit nehmen weil das Eigenkapital also die die flüssigen Mittel nicht mehr da sind sondern man würde dann vielleicht darüber nachdenken einen Kredit aufzunehmen weil eben bestimmte Maßnahmen immer noch ganz toll sind so und dann würde man eben mit dem Kreditzins arbeiten und dann muss man gucken ob die Banken mitspielen und je mehr sie je mehr man auch Kredite aufnimmt desto höher ist ja der Verschuldungsgrad und je höher der Verschuldungsgrad ist desto höher ist der Zins den Banken fordern weil das Risiko steigt insofern hat das irgendwann sowieso ein Ende also aber ganz generell gilt und das ist das was du ja auch sagtest dass dass wenn ich wenn ich investieren will für Energieeffizienzmaßnahmen stehen die durch die Kapitalwertmethode in Konkurrenz zu anderen Maßnahmen die mit Energie überhaupt nichts zu tun haben und wenn die anderen besser sind werden die vorgezogen dann ist nämlich der Kapitalwert negativ im Zweifel so das ist das eine das zweite was du meinst mit Schablone also du meinst wenn ich dich richtig verstehe sowas wie ein Excel-Tablo das man bereitstellt und die Leute können damit basteln ich würde das nicht empfehlen sondern man muss das selbst einmal gemacht haben also ich habe jetzt gleich in 10 Minuten hier Lehrveranstaltungen Investitionsrechnungen und die Studenten fragen mich natürlich auch ständig ob können Sie nicht irgendwie so ein Excel-Tablett da hinstellen ich sage nee Sie sollen das ja gerade selbst machen denn dadurch lernt man wie es funktioniert und das würde ich empfehlen weil man dadurch auch die Scheu davor verliert wenn man wenn man so ein Tableau hat dann trägt man ja nur Daten ein und schaut sich an was kommt am Ergebnis raus und hat gar nicht verstanden wie das Ergebnis zustande gekommen ist und darauf geht es dann auch und die Valerie-Norm ist wirklich gut ich habe sie mit mit verfasst aber ich bin selbst total überzeugt davon weil wir versucht haben wie so vieles zu erklären dass das wirklich allgemein verständlich einfach umzusetzen ist weißt du zufällig ob von den Ministerien da vorgesehen ist dann ein einheitliches Tool bereit zu stellen nee davon weiß ich nichts okay nee klasse gut jetzt mit den Maßnahmen jetzt war noch so die Frage müssen alle Maßnahmen bewertet werden irgendwie in dieser Richtung du hast ja jetzt sag ich mal auch schon sag ich mal Werte genannt ab wann lohnt sich das eigentlich praktisch da Valerie auch anzuwenden das ist ja leider nicht festgeschrieben in den Gesetzen aber nee das stimmt das stimmt vielleicht gibt es da irgendwann auch mal einen Streitpunkt das kann gut sein aber wenn man wenn man das ein zweimal gemacht hat und wenn man vor allen Dingen selbst sich so ein Tableau zurecht gebastelt hat dann ist das nicht mehr wirklich nicht mehr schwierig und je mehr je häufiger man das macht desto einfacher wird es natürlich wie bei allen anderen Dingen ja auch einfach mal so ein Tableau selbst aufsetzen dafür braucht man vielleicht mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag und dann hat man das dann versteht man es aber auch und dann macht man die erste Bewertung die ist vielleicht auch noch mühselig weil man die Daten zusammentragen muss die Nutzen die Anstrengungen und so weiter und dann zu Anfang denkt man was soll das überhaupt aber wenn man das Ergebnis hat dann wird einem vielleicht klar dass das Sinn macht dass man also eben nicht nur nicht nur den Euro vor Augen hat sondern wir haben häufig festgestellt dass es eine ganze Reihe von Investitionen gibt die Nebeneffekte positive aber auch negative Nebeneffekte erzeugen die man in Euros nicht erfassen kann und das soll eben auch in den Bericht mit einfließen weil es unter Umständen auch entscheidungsrelevant sein kann genau also ich denke was sind zwei Fragestellungen das was ja schön gesagt hat ist wenn ich eine Maßnahme wieder Defizit habe wie ich sie bewerte ich denke mal da sind wir uns klar und haben auch schön nochmal gesehen welche Risiken die andere Frage ist natürlich die die wir bei den Energieaudits bisher auch eher hatten wie kann abgesichert werden dass tatsächlich alle Maßnahmen in die Bewertung kommen aber da gibt es ja auch Literatur wo man dann gesagt gewisse Kategorien bildet Gebäude Bestand und ich glaube das wird dann unsere Aufgabe so wie wir es im Energiemanagement auch hatten dass sage ich mal nicht nur 10% der überhaupt möglichen Maßnahmen bewertet wurden und alle anderen 90% gar nicht in die Betrachtung fallen aber das wird dann auch wieder Aufgabe sage ich mal uns als Prüfer da zu schauen da hast du ja sage ich mal im Wesentlichen natürlich also auch eine Richtschnur dass du im Prinzip über die die SEUs also die sozusagen ja schon deine Schwerpunkte rauskristallisierst wo du sage ich mal ein Potenzial auch siehst und da kannst du natürlich sagen wenn du das rauskristallisierst dann erwartest du ja eigentlich auch dass da nachfolgend dann auch mal das bewertet wird also was was ist da eigentlich als Maßnahme oder als Projekt dann möglich das muss natürlich auch übereinstimmen aber ich denke da kann man das natürlich ganz gut rauskristallisieren und dann gibt es natürlich viel auch abseits dessen was dann wirtschaftlich sein kann aber wo man dann vielleicht sagt Valerie ist dann also auch gerade für größere Projekte oder sowas dann auf jeden Fall auch anzuwenden und genau also Uli vielen Dank sehr gerne für vielen den du uns allen gegeben hast genau also wir sind jetzt alle klüger geworden zum Wochenende ich vielleicht wird die eine oder der andere auch davon träumen aber genau also es ist eine Weiterentwicklung die jetzt für alle relevant wird die mehr und mehr du hattest ja auch schon gezeigt auch in die neue Gesetze vielleicht also auch im Bereich Energie Stromsteuern auch wird also dann eine sehr breite Anwendung auch finden wird und genau das ist also jetzt wichtig sich frühzeitig damit zu beschäftigen und wie du auch gesagt hast also auch mal selbst auf den Weg zu machen einfach das mal auszuprobieren ja genau und wer da noch mal tiefer reingehen möchte der ist eingeladen bei uns in der Akademie kann sich da noch mal einloggen da geht man dann noch mal den letzten Tag in den Diskurs und kann auch sicherlich auch mal eigene Sachen damit reinbringen ja das ist eine gute Idee sogar dazu aufgerufen und genau und dann können wir von unserer Seite noch mal sagen wunderschönes Wochenende ja wir fragen auch Sie alle dass Sie dabei waren vielen Dank für Ihre Fragen auch und genau und wir hoffen dass wir uns bald mal wiedersehen und ja vielleicht auch in einem anderen Webinar wer möchte kann sich gerne noch mal per Bild kurz dazuschalten dann sehen wir uns auch noch mal und genau dann schöne Grüße aus Berlin nach ganz Deutschland und dir eine gute Vortrag ich danke ganz herzlich vielen Dank danke ich atme bevor du in die Vorlesung gehst ja ja